Wir waren zu lange weg. Es wurde wieder Zeit. Ich bin Timon und ich bin Ferdinand. Und das ist die Bucke Wunderlich Experience. Und wir sitzen hier mit Paul Weißer. Erstmal frohe Ostern an euch beide. Ebenso. Genau, wir sitzen hier mit Paul Weißer. Du bist momentan in einer Chefposition, wenn ich dich richtig verstanden habe, in einer größeren Firma. Und wir haben dich entdeckt oder du hast uns entdeckt über Instagram, wo du jetzt so ein bisschen ein Nebenprojekt eröffnen willst. Mit der Leaders Revolution. Du möchtest Führungskräften helfen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Indem du dann Unternehmen irgendwie aufbauen willst, das nicht nur wie sonst viele Seminare oder ähnliches hält, also viel Wissen verbreitet, sondern auch noch direkt dann irgendwie den praktischen Teil dazu gibt und direkt den Leuten dann direkt da zeigt, wie das geht. Ist das richtig so? Genau, 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 genau. Genau, das ist das Ziel dahinter. Wie, wenn du jetzt sagst, den praktischen Teil dazu bringen, wie hast du dir das da vorgestellt? Also würdest du irgendwie dann für die einzelnen... Ja, dazu muss man erst mal ein bisschen weiter ausrollen. Man muss ja erst mal die Motivation dahinter vielleicht erklären, warum ich das überhaupt mache. Das ist mir immer ganz wichtig. Weil, du hast ja schon gesagt, ich bin aktuell in einer Chefposition in einem größeren Unternehmen und diese Position belege ich bereits seit acht Jahren. Also nicht das gleiche Team, aber eben auf dieser Ebene bin ich seit acht Jahren unterwegs. Und ich würde gerne mit euch zurückgehen in die Anfangszeit meiner Führungskarriere sozusagen. Ja, gerne, auf jeden Fall. Du kannst uns ja auch allgemein nochmal, du hast uns eben hier gerade schon ein bisschen was erzählt, wie das Ganze gekommen ist, wie der Werdegang da war von, ich sag mal, von der Schule bis dann ins Berufsleben, weil das ist bei uns auch so ein bisschen gerade der Fall, dass man sich überlegt, warte mal, war Schule jetzt wirklich das? Und dann ist die Frage, wie geht es weiter? Und vielleicht geht es ja doch in ganz andere Richtungen und jeder hat andere Vorstellungen. Deshalb wäre das ganz interessant, glaube ich, so zu wissen, ja, wie war denn das bei dir? Also wie kommt man aus der Schule dann auf einmal dazu, eine Führungsposition in einem der größten Luftfahrtkonzerne in Europa zu sein? Naja, also ich muss dazu sagen, mir ging es damals kein Stückchen anders als, ich glaube, so den meisten Absolventen von Schule. Man hat, glaube ich, in dem Alter, wo man gerade das Abitur fertig macht, ganz viele Türen, die einem offen stehen. Ja, man hat, man hat viele Universitäten, auf die man Lust hat, einmal örtlich gesehen, es sind ja auch viele Orte, sehr interessant, und auf der anderen Seite natürlich die Themen, die einen interessieren. So wie das in dem jungen Alter ist, hat natürlich dein direktes Umfeld einen ganz großen Einfluss auf dich. So war das damals auch bei mir und bei mir waren das eben meine Eltern und meine Verwandten. Meine Eltern sind beide Ingenieure und meine Mama ist Chemieingenieurin und mein Dad ist Diplomekonomist. Das heißt, die haben beide in großen Industrien gearbeitet und so war das so für mich das Sicherste, weil da wusste ich, wie es geht, da wusste ich, was man davon hat und so weiter und dementsprechend haben natürlich meine Eltern mir auch genau das geraten. und die Entscheidung bei mir war nicht schwer. Also ich habe einfach geguckt, okay, welche Industrien in dem Wohnort, wo ich bin, welche Industrien gibt es und was habe ich sozusagen im Angebot und da bin ich eben auf diese große Firma gekommen und habe mich dort beworben und das hat geklappt einfach. War direkt die erste Firma dann noch? Genau, genau. Das war meine einzige Bewerbung, die ich geschrieben habe. Und es war halt so, die tatsächliche Entscheidung, die ich damals mit mir selber fällen musste, war, gehe ich jetzt in eine Firma und mache eine Ausbildung oder studiere ich? Für mich war immer klar, ich möchte studieren und für mich war immer klar, dass ich irgendwann in diesen Ingenieursbereich gehen möchte, aber auch da viele Wege führen nach Rom. Ja, man kann ja viele, viele verschiedene, sag ich mal, Möglichkeiten nutzen, um am Endziel anzukommen. Und das war so ein Ding, wo ich eine Entscheidung treffen musste, damals in dem jungen Alter, ob ich den Weg gehe, dass ich ein direkt, also ein Fest, ein Vollzeitstudium anfange oder ob ich jetzt irgendwie eine Ausbildung mache, eine klassische und mich dann da mal irgendwie hocharbeite. Das waren diese zwei Wege. Ich habe mich damals dafür entschieden, erstmal eine Ausbildung zu machen. Warum? Weil mein größter Wert schon immer Freiheit war. Okay, aber wie hängt das mit dem Studium zusammen? Weil wenn ich jetzt Freiheit, wenn ich jetzt Freiheit im Kopf hätte, dann würde ich ja erstmal denken, dann studiere ich gerade nicht. Dann mache ich vielleicht was, wo ich ortsunabhängig arbeiten kann, wo ich vom Homeoffice arbeiten kann und somit dann orts- und zeitunabhängig für mich selber entscheiden kann, wie und was ich mache. Also ergibt da eigentlich Studium noch wenig Sinn, weil da ist man dann ja uni-gebunden, man ist ortsgebunden, zeitgebunden, was Vorlesungen angeht. Also das ist doch eigentlich, ich weiß nicht, was du genau unter Freiheit verstehst, aber mein Verständnis von Freiheit ist da doch eigentlich ziemlich eingeschränkt, oder? Ja. Heute gebe ich dir recht. Ja. Jetzt musst du mal die Zeituhr 16 Jahre zurückdrehen. ein 18-Jähriger, der in, also ich bin Baujahr, ich bin Baujahr 86, werde jetzt demnächst 34 und damals, als wir 18 waren, unsere Generation, war für uns Freiheit, ich kaufe mir ein Auto. Ah. Ja, ich kaufe mir ein Auto und mit diesem Auto kann ich überall hinfahren, wo ich Bock drauf habe. Und ein Auto sich zu kaufen, dafür brauchst du Kohle. Also damals haben wir wirklich Freiheit, viel, 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 also ich zumindest und mein Freundeskreis, wir haben Freiheit mit Geld verbunden. Das heißt, wenn ich irgendwie ein eigenes Geld habe, kann ich mir Dinge leisten und dadurch bin ich frei natürlich in irgendwo in einem eingeschränkten Bereich. Also diese Freiheit ist nicht so, wie es jetzt heutzutage möglich ist. Hey, ich habe mein Abi fertig, alles klar, ich gehe jetzt mal ein Jahr irgendwie auf Reisen. Haben wir auch viele gemacht. Ja, haben auch viele gemacht, aber eben das war, das war damals noch nicht so nicht so einfach. weit verbreitet wie heute. Ja, okay, und das Studium war für dich dann die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen oder hattest du das erhofft oder warum das Studium? Weil du sagst, Freiheit ist für dich in dem Alter, wohl angemerkt, ist in dem Alter für dich ein dickes Auto zu fahren und das dir kaufen zu können, also das haben, das kaufen zu können oder das haben, was du haben möchtest. War dann der Grund, warum du dann das Studium als Freiheit gesehen hast, weil du dachtest, dass das Studium dir im Endeffekt zum Ziel viel Geld bringt oder warum hat das Studium das Studium habe ich tatsächlich eher einfach als ein Ding gesehen, was ich, das war für mich selbstverständlich, einfach aus meinem Elternhaus. Also ich habe ja erzählt, meine Eltern sind beide Ingenieure und das war irgendwie so eine Sache, es war mir klar, okay, wenn du beruflich irgendwie was machst, also das Ding ist, bei uns gibt es in der Familie keinen, der selbstständig ist. Das heißt, eine Selbstständigkeit war etwas komplett Fremdes für uns. Deswegen dieser klassische Weg und da war für mich klar, okay, wenn du einen Job ausübst, dann wird das irgendwie was mit Ingenieurs sein. Sodass ich habe mich damals sehr für Maschinenbau interessiert und in die Richtung wollte ich auch unbedingt gehen. Also das hat mit Freiheit nichts zu tun. Der Wert Freiheit hat mir einfach dabei geholfen zu entscheiden, ob ich jetzt ein Vollzeitstudium mache und mich damit abhängig mache von der finanziellen, sag ich mal, Seite von meinen Eltern oder vom Staat. Du würdest dann ja BaföG beantragen oder deine Eltern finanzieren dir das oder du musst irgendwo noch nebenbei jobben, damit du dir das so komplett leisten kannst. oder ob du irgendwo selbstständig, also selbstständig, also nicht selbstständig, sondern selber irgendwo arbeiten gehst in einem Unternehmen, wo du solides Einkommen hast und dadurch halt diese Freiheit hast, genau eigenständig auf deinen eigenen Beinen zu stehen und da dein Ding machen kannst. Also damit habe ich das jetzt verbunden. Ach so, okay, alles klar, habe ich das falsch verstanden und man kann ein Studium nebenbei machen? Das wusste ich gar nicht. Oder wie sieht das aus? Oh klar. Ja? Natürlich, natürlich. Da gibt es ja mittlerweile, mittlerweile gibt es da sehr, sehr viele private Fachhochschulen, aber auch staatliche. Ich weiß nicht, ob das mit einer Universität geht, da bin ich überfragt, aber mit Fachhochschulen, privaten Fachhochschulen Ah, okay, ja, okay, alles klar. Ich dachte... Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Okay, ich dachte schon, nämlich Uni, hä? Also du hattest mir ja erzählt, du willst Medizin studieren. Ich glaube, das kann man nicht nebenbei machen. Nein, das glaube ich kann man auch... Nee, es geht tatsächlich nicht. Ich habe mich da schon ein bisschen drüber informiert gehabt, auch vielfältig. Aber alle anderen Sachen gehen auch mit Unis auch, also nicht nur Fachhochschulen. Ja, aber ich glaube, ein Medizinstudium ist wirklich ein Studium, wo man, wenn man gut sein möchte, aber auch, wenn man es, glaube ich, bestehen möchte, wirklich dranbleiben muss. Und bei mir ist ja noch was anderes. Ich werde ja privat studieren. Ich habe einen Schnitt von 2,1. gemacht als Abitur und mit dem 2,1 da kannst du es vergessen. Ich habe gestern mit einer Bekannten geschrieben und deren Freundin hat ein 1,0er. Kennst du auch, die war in unserer Schule, Timon. Auf jeden Fall. Und die hat ein 1,0er und die hat sich dann beworben und ist auch bei 1,2 Unis für das Wintersemester 2020 angenommen worden. Aber bei drei Unis ihre Wahl, also ihre ersten Ortspräferenzen, ist sie nicht reingekommen. Und darunter war zum Beispiel Hamburg. Und das ist, finde ich, so krank. Das ist so krank. Überleg mal für einen 1,0er. Meine Freundin macht jetzt auch einen 1,0er und die schuftet dafür richtig hart und die ist allgemein so ein Brain. Die hat es allgemein irgendwie drauf zu pauken. Die versteht Sachen einfach schnell und ist in den naturwissenschaftlichen Fächern einfach mega gut. Also die hat jetzt irgendwie nur in jeder Mathematikarbeit 15 Punkte. In jeder Chemiearbeit irgendwie 14, 15 Punkte. Und allgemein richtig krank. In einem Semester auch 0,76 oder sowas gemacht. Aber guck mal, wie viele Leute sind das? Wie viele Leute sind das? Das sind minimal wenig. Und dafür musst du jetzt schon richtig der Crack sein oder richtig, richtig dein Leben wegwerfen für zwei Jahre. Und da sehe ich dann so die Freiheit auch mega eingeschränkt. und selbst damit kommst du nicht rein oder was? Ich kann euch aber, Jungs, ich kann euch eine Sache sagen. Ich war auch durch meine Eltern immer getrieben, gute Noten zu schreiben. Mein Abi ist auch nicht gut gewesen. Also ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich war sogar im Dreierbereich. Ich habe vorher in die Realschule besucht. Nach der 10. Klasse bin ich dann rein ins Gymnasium und das war für mich natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und am Ende, also im Real Life nachher, also Schule, Noten, alles schön und gut. Natürlich sollte man, wenn man es kann, sollte man sich da wirklich bemühen, gute Noten zu schreiben. Aber nachher, im echten Leben, nützen dir die Noten wirklich nicht mehr so viel. Da kommt es eher drauf an, auf deine sozialen Kompetenzen, auf deine emotionale Intelligenz und solche Sachen. Also wirklich, diese Dinge sind dann wirklich gefragt, damit du dann nachher im Job wirklich vorankommst. Ich kenne so viele, auch aus meinem damaligen Jahrgang, die mit 1,1, 1,2 abgeschlossen haben und dann nachher im richtigen Leben wirklich komplett versagt haben. Weil sie haben sich in der Schule, du hast ja dein System, du weißt ja, okay, du hast dein Programm und du weißt ganz genau eigentlich, was du lernen musst. Du musst jetzt irgendwie ein bisschen Fleiß reinstecken, wenn du noch, wenn du selber noch es drauf hast, Dinge schnell zu verstehen, dann fällt es dir vielleicht noch leicht und so weiter. Aber das ist ein System, das ist mit der Schule verbunden. Wenn du aus der Schule raus bist, äh, in der Universität beim Studium gilt es noch teilweise. Aber später im richtigen Job ist das alles, kannst das alles wieder verwerfen. Also diese ganzen, ich schreibe eine gute Note und ich bin gut, das ist dann weg. Deswegen, also ich würde das gar nicht so, also ich weiß, was du meinst, ne? Also dass die, dass die Universitäten gerade in solchen, in solchen Bereichen wie Medizin, ich glaube, Jura zählt auch zu solchen Dingen, wo die, wo die dann noch wirklich gucken, 1,1, 1,2. Ich glaube, Jura ist okay, Jura ist in Hamburg sogar bei 2, irgendwas. Ja, ja, das ist okay. Aber Medizin ist echt, ja, ja, Medizin ist echt krass. Also auch andere, zum Beispiel Bekannte, die mich jetzt auf den Podcast eingeschrieben hat und einmal vielen, vielen Dank für alle, die so geiles Feedback immer senden. Also echt richtig cool, dass ihr das hört und auch feiert. Also ich, mich freut das richtig, richtig von Herzen. Jedenfalls sind die auch mit einem 2,3er oder sowas ist jetzt an der Uni Hamburg für Jura angenommen worden. Aber das Ding ist einfach, ich würde es schon sagen, weil viele Leute sagen, ja, das Abitur sagt nichts aus. Doch, es sagt ganz, ganz viel aus, weil es sagt schon aus, wenn du nicht richtig, richtig, richtig das Brain bist, dann sagt das schon aus, ob du Fleiß hast und es sagt aus, dass du lernen kannst. Das heißt, für ein Studium wie Medizin ist das natürlich ein Faktor, weil natürlich ist es, wenn du ein 1,0er hast, ist das ein Aspekt, der nicht vernachlässigt werden darf, weil der aussagt, wie gut du Sachen lernen kannst. Und das Medizinstudium ist mega viel lernen. Also das ist richtig, richtig viel lernen. Bei Uni und bei Schule ist es dann ja nochmal ähnlicher, das meintest du ja auch gerade schon, Paul, aber wenn es dann später ins Arbeitsleben kommt, ist es ja trotzdem immer was anderes. Wenn du jetzt Arzt bist, heißt es nicht, dass du ein guter Arzt bist, nur weil du irgendwie, weiß ich, in der Schule gut. Nee, genau. Und das ist dann das Ding, wie ist es denn nach dem Studium? Und das ist, glaube ich, die eher interessantere Frage. Klar, im Studium, du kannst sogar mit einem 1,0er im Studium abschließen. Natürlich. Die Frage ist nur, wirst du Oberarzt, nur weil du ein 1,0er im Ding jetzt hattest? Vielleicht nicht. Vielleicht werden die besten Oberärzte, das ist natürlich nicht immer gegeben, vielleicht werden auch die 1,0er Oberärzte oder Chefärzte, aber es muss nicht der Fall sein, weil das mit ganz anderen Qualitäten zündet, wie du gerade gesagt hast. Und ein Problem, was ich sehe, also ich habe ja gerade angesprochen, dass das Abitur viel aussagt und deshalb, finde ich, kann man das schon als einen Aspekt heranziehen für das Medizinstudium, auch um einen Platz zu bekommen. Das Problem, was ich sehe, ist besonders, dass Jungen in dem Alter, 16, wenn die gerade 11., 12. Klasse kommen, die sind, würde ich sagen, weniger reif als Frauen. Sind sie. Also besonders, was das Lernen angeht, die passen sich auch nicht gerne in dieses System und wenn ihnen ein Fach nicht gerne Spaß macht, dann werden sie das auch nicht wirklich machen. Wohingegen ich die Erfahrung gemacht habe, dass Frauen da eher mit dem System mitgehen und da eine höhere Akzeptanz haben und auch in dem Alter schon ein wenig reifer sind, was da diese Bildungsinstitute angeht und auch allgemein vielleicht ein bisschen besser pauken können. Und das sieht man ja auch. Frauen machen einen besseren Abischnitt. Ich glaube, jetzt im Medizinstudium liegt auch der prozentuale Anteil erst von Frauen viel höher. Erstmal, weil sie einfach mehr reinkommen durch den Abischnitt und dann, glaube ich, auch mehr im Studium das Ganze bestehen, weil das auch so viel aus Pauken besteht. Aber dann ist die Frage, wie sieht es dann im Berufsleben aus? Also es soll jetzt gar nicht hier Frauen und Männer irgendwie abwerten. Ich will nur irgendwie eine Diskussion anregen und das soll jetzt gar nichts damit zu tun haben. Aber dann ist die Frage, wer ist denn im Berufsleben dann an den obersten Stellen? Und das ist dann wieder eine andere Frage. Ja, also Frauen, Männer, da würde ich auch sagen, das ist immer Menschentypen abhängig. Also das würde ich gar nicht vom Geschlecht oder sonst was. Da kann sein, dass es Studien gibt. Ich kenne sie nicht. Aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, auch in unserer Firma gibt es großartige Frauen, die in wirklich großen Führungspositionen sich befinden, von denen ich auch wirklich ganz, ganz groß mein Hut ziehe. Ich habe erst Beginn dieses Jahres eine Bürokraft kennengelernt. Die ist Mama von drei Kindern und ist Vizepräsidentin von einem Bereich. Also sie hat irgendwie um die 500 Mitarbeiter in verschiedenen Strukturen unter sich und sie habe ich kennengelernt. Ich hatte eine Unterhaltung mit ihr geführt und so wie sie das Team führt, was für ein Verständnis sie hat, welche Empathien sie empfinden kann für jeden Einzelnen ihrer Mitarbeiter und trotzdem klare Ziele vorgibt und diese auch erreicht. Das ist der Wahnsinn. Und nebenbei macht sie noch, also nebenbei, sie hat dann immer noch ihre Familie, wo sie dann auch ihr Ding macht. Also das will ich gar nicht irgendwie abgrenzen beziehungsweise da irgendwie vergleichen wollen. Ich finde, das ist immer menschentypabhängig. Entweder du bist jemand, der von, ja, also es hat immer vieles mit Werten zu tun auch. Und vor allem auch dem Warum. Warum mache ich das? Mache ich das, weil es mir Spaß macht, dann bin ich in jedem Ding gut irgendwann, ja, also Timon, ne? Ja. Genau, Timon, du hast ja erzählt, du möchtest ja Boxweltmeister werden, ne? Ja, das ist das Ziel. Genau, das wirst du ja nicht machen, weil du irgendwie Ruhm und Ehre nur brauchst, sondern wahrscheinlich macht dir auch der Weg gerade Spaß, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich liebe Boxen. Sonst würde ich es auch noch nicht machen, glaube ich, mittlerweile. Genau, und das ist der Punkt. Und da ist es egal, ob du jetzt Mann bist, Frau bist, oder was, oder irgendwas findest, was du liebst, tatsächlich, dann bist du in dieser Sache auch gut, ne? Okay, einmal um ganz kurz was klarzustellen, ich wollte nicht damit sagen, dass, wenn man dann ins Berufslegen einsteigt, dass es sich dann herauskristallisiert und wollte damit dann nicht die Männer höher stufen, weil ich damit dann sagen wollte, ja, schaut doch mal, wie es gerade ist, Männer sind in der Führungsposition, bla, 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 also kristallig dich daraus. Das wollte ich damit nicht sagen, auf gar keinen Fall. Das ist bei mir auch so nicht. Ja, ich glaube, das ist aber gerade so ein bisschen rübergekommen, das will ich einmal klarstellen, dass es auf gar keinen Fall nicht so ist und ist natürlich typenabhängig. Ich wollte nur hauptsächlich herauskristallisieren, dass ich denke, dass in einem Alter von 16, 17 Jungs wesentlich unreifer sind und dadurch dann einfach in der Schule oft einen schlechten Schnitt haben und dass dadurch einfach sich solche Konstellationen ergeben und das ist jetzt nicht einfach, weil Frauen da hier anders oder Männer, ich glaube einfach. Das mag sein. Der Punkt ist einfach, wir haben ja über das Thema gesprochen, okay, wir haben einmal das Schulsystem, dann haben wir irgendwie das System Ausbildung, wir haben das System Studium und dann haben wir das System Arbeit, ja. Und wichtig ist zu begreifen, dass es alles verschiedene Systeme sind, wo überall verschiedene Regeln gelten. Das ist das, was ich sagen wollte. Das heißt, in der Schule musst du dich an die Lehrer halten, also die vermitteln dir deinen deinen Stoff, ja, du musst den Stoff verstehen und dann wirst du irgendwie abgetestet. Und wenn du gut in diesem Test abschneidest, dann hast du eine gute Note und dann hast du am Ende das Endresultat, dein Zeugnis, das sieht dann entweder aus 1,0 oder halt entsprechend schlechter, je nachdem, wie du dich in diesem System etabliert hast. Was ich sagen möchte ist, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe ja eine Ausbildung angefangen, habe ich euch ja erzählt und die Ausbildung habe ich vorzeitig abgeschlossen. Also normalerweise dauert es so eine Ausbildung zum Fluggerätmechaniker dreieinhalb Jahre und ich habe es in drei Jahren geschafft. Zum einen, weil ich natürlich vom Gymnasium gekommen bin, dann hatte ich die Möglichkeit und es war halt so, wenn du gute Noten schreibst und so weiter, wenn du die Zwischenprüfung gut abschließt, hast du die Möglichkeit, ein halbes Jahr vorher abzuschließen. So, nun war es soweit, ich war fertig ich war nun Geselle, habe meinen Gesellenbrief bekommen und hatte meinen ersten Arbeitstag so richtig in der realen Welt. Was glaubt ihr, mit welchem Selbstbewusstsein bin ich da reingegangen? Boah, also das ist so eine Entweder-Oder-Frage. Entweder ist es richtig, richtig krass gewesen und es war viel zu viel oder überhaupt nicht. Ich tippe mal auf überhaupt nicht. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass ich dachte, ich bin hier der Flugzeugbauer schlechthin. Ah, okay. Vertippt. Weil ich habe meine Ausbildung ein halbes Jahr vorher abgeschlossen, meine ganzen anderen Leute, die sind da noch irgendwie am Lernen und ich bin jetzt hier schon bereit. Naja, der Übertalentierte. Genau. Das heißt, komm, lass mich mal in Ruhe, lass mich mal machen. So, was ich damals aber noch nicht verstanden habe und das durch Schmerz lernen musste, ist, dass ich einfach, ihr müsst euch das vorstellen wie beim Computerspiel. Du bist ja irgendwann, du fängst ja an irgendwie und dann irgendwann bist du im nächsten Level und der nächste Level ist ein bisschen schwieriger. Da gelten vielleicht auch andere Regeln. da ist das nicht mehr gültig, was du, also du hast dir vielleicht in deiner Schule oder in deiner Ausbildung hast du dir einen Top-Titel angeeignet. Ja, da bist du auf einmal ein 1,0-Abi-Typ. Ja, geil. Alle feiern dich. Alle feiern dich. Die Verwandten feiern dich. Die Freunde alle sagen, hey, was bist du für ein krasser Typ. So, mit dieser Einstellung gehst du jetzt ins Studium. Im Studium ist eine neue Welt. Wenn du nicht dieses Mindset hast, okay, ich bin hier neun, ich fange jetzt hier von vorne an, es gelten, also ich bin wieder bei null sozusagen, dann hast du ein Problem irgendwann. Und dieses Problem hatte ich an meinem allerersten Arbeitstag. Ich habe gesagt, ich kann das alles alleine und ich habe dann angefangen zu arbeiten. Ich werde euch jetzt nicht im Detail erzählen, was ich da gemacht habe, aber ich habe euch einen Schaden von ungefähr 40.000 Euro an diesem Tag verursacht. Was? Ich habe mich hier verbohrt und dann sollte ich einen Teil tauschen und anstatt zu sagen, hey, könnt ihr mir mal helfen, habe ich versucht, das selber zu tauschen und dann habe ich noch ein anderes Teil kaputt gemacht und so und so und, bis dann irgendwann mein Meister gekommen ist und hat mich gesagt, pass mal auf, Paul, schön, dass du da bist, wir freuen uns, aber du gehst jetzt erst mal für zwei bis drei Wochen in Urlaub, weil es war mitten im Sommer, als ich ausgelernt habe und alle waren in Urlaub, er hat gesagt, du gehst jetzt bitte in Urlaub, weil du verursacht hier gerade mehr Schaden, als du uns einbringst und nach dem Urlaub kommst du wieder und dann kriegst du einen Kollegen, der dich einarbeitet und mit dem arbeitest du dann, an dem passt du dich an. Das heißt, ich musste meine Schicht, meine Urlaubstage, alles an diesen Kollegen anpassen. Da war es wieder mit der Freiheit. Sehr wieder fübsch. Genau, und das ist ja genau das gleiche Thema, wenn du, wie ich ja schon gesagt habe, wenn du dein Abi machst mit 1,0, es ist schön, du kannst dich feiern, das ist ja eine heftige Leistung, ja, egal, auch wenn du mit 2,0 dein Abi machst, das ist auch eine sehr gute Leistung immer noch, feier dich. Wichtig ist, wenn du ins nächste Level gehst, fängst du bei 0 an und zwar immer und immer und immer wieder. Ja. Das ist, das ist eine Lektion, die ich lernen musste. Und dann hat das auch relativ gut geklappt mit dem, der dich eingearbeitet hat oder hattest du erstmal nochmal so einen Schaden verursacht? Ich habe tatsächlich, also das hat sich mit dem Selbstbewusstsein schlagartig geändert. Ich war dann, ich glaube, zwei Wochen in Urlaub und dann, wenn ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, habe ich Angst gehabt, eine Bohrmaschine in die Hand zu nehmen. Drei Jahre Ausbildung in genau dem, ne? Genau, genau, wo du drei Jahre lang nur gebohrt hast und eigentlich das Ding, die Bohrmaschine hast du nicht mehr, das war ein Teil deines Körpers irgendwie, ne? Hast du Angst gehabt? Aber es war super, ich habe einen super tollen, also ich habe generell immer Glück gehabt mit Kollegen und Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich habe immer sehr gute Menschen um mich herum gehabt, die mir viel beigebracht haben. Kann ich mir aber auch gut. Das ging dann auch direkt in die richtige Richtung mit dem und hast dadurch dann dann weiter durchgestartet. Und wie bist du, wie bist du denn dazu gekommen, dass du dann von dort aus ins nächste Level dann wieder gekommen bist, dass du dann ja auch Führungsqualitäten beweisen musstest? Genau, also es war dann so, dass ich angefangen habe zu studieren, direkt nach der Ausbildung. Ich habe damals in Darmstadt studiert, es war auch eine private Fachhochschule, weil eben mein Abi war, mein Abischnitt war wirklich, war irgendwas mit drei, irgendwas, also das war wirklich schlecht. Dafür war meine Ausbildung sehr gut, also die Note da, da war ich irgendwo bei 1,4 und deswegen private Fachhochschule. Zum einen, weil ich das nebenbei machen wollte, damals haben noch nicht so viele staatliche Universitäten und Fachhochschulen das angeboten und zum einen natürlich auch jetzt ähnlich wie bei dir, Ferdi, dass es einfach einfacher für mich war, selbst zu entscheiden, private Fachhochschulen ist immer halt einfacher reinzukommen. Weiß ich nicht, also wie das so unterschiedlich ist, das würde ich jetzt nicht so pauschalisieren bei privaten Hochschulen. Also zum Beispiel der Test, den ich gemacht habe und das Auslaufverfahren war, es war schon knackig, also jetzt bei der privaten und ich glaube, das würden viele Leute, die auch ihr Abi gut gemacht haben und dann in ein, zwei Studiengänge reinkommen, würden das nicht hinkriegen. Genauso bei vielen Privathochschulen ist es auch so, dass es ja genau, die können sich ja aussuchen, wie sie das machen, weil die haben ja begrenzte Plätze und das ist ein Unternehmen und die dürfen alles selber gestalten. So, jetzt hast du dann, sagen wir Jura oder, ja doch, nehmen wir Jura als Beispiel, du hast Jura und die wollen wissen, ob du was taugst. Wie können die das machen staatlich? Gar nicht. Die schauen auf deine Note. So, weiß ich dadurch, ob jemand gut irgendwie als Anwalt taugt, als Richter, als, weiß ich nicht, weißt du, als Staatsanwalt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, ich kann nur diese Note sehen und jetzt kann ich sagen, okay, komm rein oder nicht und während des Studiums stellt sich halt raus, wie er taugt oder nicht oder stellt sich sogar erst im Beruf raus. So, bei einer privaten Hochschule ist der Vorteil oder bei einigen, die können jetzt sagen, okay, uns ist das erstmal egal. So, du kannst auch mit einem 3-0-er bei uns vorbeischauen. Du kommst in unser Assessment Center und jetzt wird es interessant und dadurch läufst du verschiedene Prüfungen. Genauso wäre es auch bei dem Uni-Test gewesen, den ich gemacht hätte, wäre jetzt Corona nicht dazwischen gekommen. Da kommst du da hin und dann werden wirklich Arzt, ich sag mal, ich sag mal, Fähigkeiten ausgetestet oder Fähigkeiten, die man nach dem Medizinstudium allgemein haben sollte oder im medizinischen Bereich allgemein. Das ist zum Beispiel Korrobation, Teamfähigkeit, Mitgefühl. Wie wird das getestet in so einem Assessment Center bei Medizin? Die stecken nicht in eine Gruppe, dann wird dir ein Notfall vorgegeben, weiß ich nicht, ziemlich einfacher, weil nicht jeder hat eine Rettungszentrierteausbildung oder irgendwas anderes. Ich habe eine gemacht, das wäre ein Riesenvorteil gewesen. Nicht jeder hat dir das zu sagen, okay, Kind ist in Teich gefallen, der ist zugefroren, ist eingebrochen. Oder Kind ist um eine Ecke gelaufen, Hund irgendwie gebellt, Kind schreit. Was machst du? So, und jetzt musst du im Team die Möglichkeiten aussuchen, die schauen, wie du mit denen kooperierst. Und solche Sachen werden abgefragt. Dann wird noch ein persönliches Interview gemacht, wo die auch schauen, wo ist deine Motivation, wie ist das und das. Und dann wird noch ein schriftlicher Test auch noch aufgesetzt und der ist nicht wie in der Schule, dass Sachen wie Kunst und Philosophie vielleicht in dem medizinischen Bereich mit drin sind. Nein, die werden nicht abgefragt, ob du im Theater 15 Punkte jedes Semester hattest und dadurch deinen Schnitt von 1,3 auf 1,2 gehoben hast und das bekommst, ist egal. Nein, die testen nur medizinisch relevante Sachen ab. Und genau das ist das Ding. In Bio war ich zum Beispiel sehr gut im Abitur. Sehr gut. So, und in, ich weiß nicht, Englisch oder sowas halt nicht. Aber das eine ist halt relevanter und das andere nicht. Und ich glaube, deshalb ist das eigentlich oft schwieriger, in private Hochschulen reinzukommen. Ist natürlich die Frage. Was definierst du unter schwierig? Weil Schule davor ist natürlich auch extrem schwierig, einen 1,0 dazu bekommen. Das will ich auch gar keinen Fall runter machen und diese Leute reißen sich auch den Arsch auf. Genau, also da gebe ich dir völlig recht. Das ist die Frage, was definierst du unter schwierig? Und du hast es genau richtig beschrieben. Die einen, die fokussieren sich einfach nur wirklich auf deine Noten. Die anderen machen solche Assessments mit dir, um einfach wirklich, weil das eine ist, Noten, was zeigen dir die Noten? Die Noten zeigen dir einfach, okay, du bist irgendwo, hast eine gewisse Intelligenz irgendwo, ja, und natürlich auch, okay, dieser Mensch ist fleißig. Aber was zeigen die Noten noch, was ganz wichtig ist? Ja, wir haben am Anfang über Systeme gesprochen. Wie gut du dich an Systemen anpassen kannst, beziehungsweise wie gut du in das System da selber passt, in das eine? Aus meiner Sicht ist das so. Ja, weil du kannst, du kannst super intelligent sein, du kannst super der Brain sein, wenn du einfach keinen Bock auf dieses System hast, kannst du trotzdem scheiß Noten schreiben. das ist zum Beispiel der Fall, das ist zum Beispiel der Fall bei einem Jungen aus dem Mathematikkurs bei meiner Freundin, die sagt, der hat so drauf, der ist so ein Fuchs, der ist tausendmal besser als sie, tausendmal, der ist so schnell, der hat Sachen nicht mal gelernt, also neue Themen und kann sie trotzdem, weil er aus den Alten irgendwie neue Sachen findet und selbst der Lehrer ist so, hä, wie hast du das jetzt gemacht? Ich habe sie nicht mal gezeigt. Warum? Er klärt sich doch von selbst. Also richtig, er geht als Astronaut irgendwie oder als, weiß ich nicht, Quantenmechaniker irgendwie aus der Schule raus, aber es weiß keiner und er wird auch dieses Studium nicht machen, irgendwie ein brutal schwieriges, weil er die Arbeiten nicht, er hat keinen Bock da drauf oder er hat keinen Bock auf die Lehrmethode, das ist Frontalunterricht und er lernt nicht, wie er lernen würde und allgemein, das System gefällt ihm nicht. So, das heißt, er rebelliert dagegen. Wie rebelliert er dagegen? Er macht es nicht richtig. Er gibt sich keine Mühe und seine Qualitäten kommen gar nicht richtig raus. Genau. Und das, und das zeigen sich, das zeigt sich nachher in den Noten. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel das ein und, das, was du beschrieben hast mit dem Assessment Center, das machen ja viele, das machen ja auch viele Unternehmen so, wenn du dich bei denen bewirbst, mein duales Studium oder meine Ausbildung, dann ist genau das, was du beschrieben hast, ist auch Fakt. Also bei uns war das damals auch so, einfach so ein psychologischer Test, wo wir mit ungefähr 30 Menschen in einem Raum, also 30 jungen Menschen in einem Raum waren und da gab es eine Story, Flugzeug ist abgestürzt, irgendwie, ihr seid vier Überlebenden, ihr habt eine Waffe, ihr habt das, das, dies, jenes, was macht ihr? Okay. Und dann hat man halt in diesen 30, in diesen 30 Menschen hat man angefangen zu interagieren und die Ausbilder haben im Hintergrund gestanden und sich Notizen gemacht und was haben sie bemerkt? Okay, natürlich sind von diesen 30 Menschen welche gewesen, die waren, die haben sich im Hintergrund gehalten, ja, die haben keine eigenen Ideen gehabt, die waren eher schüchtern, zurückhaltend. Dann gab es Menschen, die haben von Natur aus einfach den Lied übernommen, weil sie nicht von Natur aus einfach Lieder schon mal sind oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht schon durch ihre Erfahrung irgendwie zu diesen psychologischen Eigenschaften angekommen sind. Das ist ein Assessment Center. Warum macht man das? Weil man will ja die Menschen an sich binden. Du willst ja, also wenn du jetzt deine eigene Firma hast, willst du ja schon gucken, wer da bei dir arbeitet. Du kaffst ja nicht jeden ein, sondern der muss deine Werte haben und der muss bestimmte Funktionen erfüllen und es gibt halt in Unternehmen, Bereiche, wo man von Menschen einfach erwartet, hey, komm und mach deine Arbeit. Ja, es gibt Bereiche, wo man von Menschen erwartet, komm, mach deine Arbeit und mach dir Gedanken bitte über die Zukunft. Ja, und, und, und. Also es gibt ja auch in so einem Unternehmen mehrere Bereiche, wo auch ganz verschiedene Menschen eingesetzt werden. zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Qualitätssicherung. Ja, am besten ist mir doch jemand in der Qualitätssicherung, der extremst penibel ist. Ja, der zum Beispiel, wenn er da auf seinem Teller Erbsen und Gurken hat, dass er das nicht mag, wenn sie durchmischt sind und er sie erst mal trennt. Wenn ich so einen Menschen auf eine Qualitätssicherstelle packe, dann weiß ich ganz genau, an dem wird schon mal kein kaputtes oder verkratztes Produkt vorbeigehen, weil er wird das einfach, das wird ihn stören, er wird das sehen und das wird ihn ankotzen. Interessant wird es natürlich dann, wenn dieser Qualitätssicherungsmensch auch mit anderen Menschen interagieren muss. Nein, da muss er natürlich auch eine Kompetenz beherrschen, um den, der diesen Kratzer verursacht hat, nicht irgendwie von der Seite blöd anzuschreien, hey, was hast du da gemacht und so weiter, sondern auch natürlich irgendwie, dass er dann halt in der Lage ist, das auch vernünftig zu vermitteln und so weiter. Also das Thema ist riesig und komplex, ihr merkt das schon, wir können da auch stundenlang drüber reden. Ich glaube, dass wir wieder zum Lebensweg allgemein zurückfinden. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter roter Faden. Also du warst dann da in der Ausbildung, hast 40.000 Euro Schaden verursacht, aber das ist ja auch Am ersten Tag. Am ersten Tag, das ist so krank. Aber auch kein Wunder, oder? Bei Flugzeugtechnik, das ist ja ziemlich teuer alles. Das ist ja schnell. Das ist jetzt nicht wie in vielleicht anderen Ausbildungsberufen, wo ihr denkt, jetzt so krass, wenn ich 40.000 Euro, wäre die Firma schon fast pleite gefühlt. Nee, nee, da kannst du einen Teil kaputt machen, das sind schon 40.000. Du brauchst einfach nur, du verbohrst dich einfach um zwei Millimeter und dann hast du schon einen Schaden von 4.000 bis 5.000 Euro verursacht. Okay, und wie ging es dann weiter? Ja, wie gesagt, also ich habe dieses Studium dann irgendwann begonnen und ich glaube, so ab dem fünften Semester hat mir das so die Tür aufgemacht. Ich war dann drei Jahre schon Geselle, ich habe drei Jahre wirklich gearbeitet im Blaumann und das war so der Zeitpunkt, wo ich sagte, okay, jetzt habe ich in dem Bereich, wo ich war, alles gelernt. Ich lerne hier nichts mehr Neues dazu. Ich habe durch mein Studium parallel einige Sachen noch gelernt, das heißt, es war so für mich die Zeit, sich weiterzuentwickeln und ich habe mich firmintern weiter beworben auf eine Manufacturing Engineering Position. Das hat geklappt. Genau. Na gut, als Manufacturing Engineering bist du derjenige, der, also du bist die Schnittstelle zwischen der Produktion und dem Engineering sozusagen. Okay. Den Menschen, der das Produkt designt, ja, der wirklich am Computer sitzt und das Ding irgendwie designfertig macht und den Menschen, der das Ding fertigt. Du bist quasi der Übersetzer. Okay, dann hat wahrscheinlich auch Studium und Ausbildung so als Kombination gut geholfen dafür. Ja, auf jeden Fall. ich hatte ein fundiertes praktisches Wissen durch die Ausbildung und auch durch diese drei Jahre praktische Erfahrung und natürlich die Theorie, die ich von meinem Studium bekommen habe. Das war schon eine interessante Geschichte. Aber auch da musste ich im ersten Moment wieder lernen, Paul, du bist jetzt hier in einer neuen Welt angekommen. Also wirklich wieder dieselbe Geschichte, wieder dieselbe Lektion. Drei Jahre in der Produktion gearbeitet, viele, viele Produkte aus dem Kopf schon irgendwie machen können. Du hast es in der richtigen Zeit, in der richtigen Qualität gemacht. Keine Fehler mehr, die 40.000 Euro schon kosten, sondern wirklich Besser nicht. Aber man hat sich tatsächlich irgendwie auch in dem Bereich, wo man arbeitet, einen Namen gemacht. Man hat sich mit dem Team eingefügt. Es war so, weißt du, du musst dir vorstellen, jetzt wenn du in der Schule bist und du bist jetzt irgendwie drei, vier Jahre mit derselben Gruppe unterwegs, dann fühlt man sich in der Gruppe zu Hause. Und so ist das dann halt auch da gewesen. Das heißt, du fühlst dich zu Hause und du bist wirklich du selbst. Du hast dich schon angepasst, sozusagen. Und jetzt bist du wieder in einer neuen Welt und da bist du wieder ein Neuling, sozusagen. Und jetzt war ich in einer Welt voller Ingenieure. Die waren schon alle fertig und haben Erfahrungen von 20 Jahren mitgebracht. Die sitzen da schon seit 20 Jahren und machen das seit 20 Jahren. Und jetzt kommt da so ein junger Bursche. Ich war damals, wie alt war ich da? 24 Jahre war ich. Nee, Quatsch. Ich war ein junger. Ich war 23. Bin ich da reingegangen und ich bin jemand immer, der sehr viele Ideen auch hat. Und ich habe natürlich, als ich in der Fertigung gearbeitet habe, war ich ja wirklich sehr, sehr nah an dem Produkt. Und jetzt bin ich in dieses Ingenieursbüro rein und ich hatte tausende Ideen, die ich auf einmal umsetzen wollte. Dann war ich aber in einem Haifischbecken sozusagen, wo Menschen schon seit irgendwie 20 Jahren, also die waren so lange in diesem Bereich fast wie alt ich war. Und jetzt komme ich da hin und will denen erzählen, Leute, so wie wir das hier machen, das ist nicht so wirklich richtig. Aber um die Produktion effizienter zu gestalten, sollten wir das, 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 das. Was glaubt ihr, wie gut bin ich da angekommen in meinen ersten Tagen? Ja, ja, weniger. Die Entweder-Oder-Frage ist jetzt ziemlich einfach zu beantworten. Ja, genau. Also ich musste wieder lernen, also die erste Lektion habe ich wohl irgendwie vergessen nach den drei Jahren. Musste wieder lernen, dass ich hier neu bin, dass ich mich wieder anpassen muss. Ich würde da gar nicht so weit ausschweifen. Das Ding ist, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich mein Studium und meine Arbeit jetzt irgendwie kombinieren konnte. Also ich war in diesem Bereich, ich habe wirklich sehr, sehr viel gehastelt. Und ich habe innerhalb von drei Jahren in diesem Bereich mich sozusagen qualifiziert für den ersten Führungskräfteposten. Also ich bin als Neuling damals reingegangen und im Alter von, ich war so inzwischen 25 und 26, wo man mir vorgeschlagen hat, einen Bereich zu leiten. Es war kein großer Bereich, es waren insgesamt 17 Menschen nur, aber es war ein multifunktionales Team. Also es waren Menschen aus der Produktion, aus der Qualitätssicherung und aus dem Manufacturing Engineering. Okay. Also ist das Beispiel mit der Qualitätssicherung vielleicht sogar so passiert, oder wie? Na, selbstverständlich. Ich will euch doch nichts sagen. Und ja, und auch da wieder, und das ist jetzt der interessantere Teil dabei, warum ich auch überhaupt diese Leadership Revolution, The Leaders Revolution schon jetzt in die Welt hole, auch da wieder neues Level. Du bist wieder auf einem komplett neuen Level und ich wurde zum Vorgesetzten. Warum? Also ich betone hier das Wort Vorgesetzter. Vorgesetzter ist in meinem Verständnis jemand, der jemandem vorgesetzt wird. das heißt, es gab ein Team und dann kam ich und es hieß so, Paul ist jetzt euer neuer Chef. Mit meinen 25 Jahren. Und da waren wieder Menschen, die waren doppelt so alt wie ich und haben das, was sie da gemacht haben, schon mindestens so lange gemacht, wie alt ich war. Und ich sollte diese Menschen führen. Vom Führen habe ich keinen blassen Schimmer gehabt. Ich wusste nicht, wie man führt. weil ich habe es ja nicht gelernt. Du lernst sowas nicht in der Schule. Du lernst sowas nicht im Studium. Natürlich gibt es Module, die mit Leadership zu tun haben. Natürlich gibt es Module, die irgendwie über das Management dir etwas beschreiben. Aber das wirkliche Führen von Teams und dann auch noch so komplexen multifunktionalen Teams, weil ein Produktionsteam funktioniert ganz anders als ein Qualitätssicherungsteam und die beiden mögen sich nicht immer. Das sind so alles Dinge, die ich absolut nicht drauf hatte. Was hatte ich drauf? Ich hatte drauf, viel zu arbeiten und ich wusste, wie man Verantwortung übernimmt. Also, und das war auch eine sehr krasse Zeit, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du in einem Bereich bist, wo du dich bewähren möchtest oder bewähren musst, ja, in diesem neuen Level, du musst ja auch zeigen, hey, ich habe was drauf. Eigentlich, also wenn du jetzt mit deinem 1,0-Abitur in deinem Studium reinkommst, dann willst du ja trotzdem, okay, ich bin zwar hier neu, aber ich habe ja was mitgebracht. Ich fange ja nicht bei null an. Also, wir Menschen tun es, ich zumindest, ich weiß nicht, ob ich das pauschalisieren darf. Ich hoffe, ihr gebt mir da irgendwo auch in einem Punkt recht, aber wir tun uns extrem schwer, uns in einer neuen Situation wirklich bei null zu füllen. Ich weiß nicht, wie geht es euch dabei? Ja, ich kann ja schwer sagen, nein, das ist die Fragestellung. Aber ja, also auch selbst entgegen der Fragestellung, ja, es fällt einem sehr schwer. Also, ich würde sagen, da ist auch die Einstellung von Timon und mir noch ein bisschen andere bei vielen anderen, aber ich würde sagen, ja auch. Also, wenn ich jetzt ins Medizinstudium gehen würde, würde ich auch sagen, ja, aber ich hatte ja Bio in der Schule. Genau dasselbe, ich habe ja die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und da dachte ich auch, ja, aber ich hatte ja ein ganz gutes Abi und hier sitzen Leute, die hatten zum Beispiel, die haben gar kein Abi oder sind erst ab der Zehnten, was haben die denn gemacht? So, ich hatte ja wenigstens noch Bio. Ich hatte ja noch irgendwie hier ein bisschen naturwissenschaftliche Sachen und bin da ja sogar ganz gut drin. So, und das hat mir auch ein bisschen was geholfen, ne, kann man nicht sagen. Aber trotzdem gab es einfach viele Sachen, wo du bist so, ey, eigentlich ist das was komplett anderes und auch die Art zum Beispiel mit Naturwissenschaften umzugehen, ist auch was ganz anderes in dieser Ausbildung und da will ich mir gar nicht vorstellen, wie es anders im Medizinstudium ist. Also, eigentlich hat man gar keine Ahnung und wie du schon gesagt hast, man befindet sich dann in einem ganz neuen Lebensabschnitt, ja. Genau, und der Punkt ist, wir neigen immer von Natur aus, dann irgendwie, wir waren ja, wir kommen ja aus einem Bereich, wo wir total sicher waren. Also, du merkst das im Gymnasium, weiß ich noch, wenn du von 10. in die 11. gehst, auf einmal hast du ganz andere Rechte. Auf einmal, also ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule ist, aber uns war das ja doch. Wir durften vorher nicht rausgehen, um uns was zu essen zu holen und dann allein schon das, das hat einen großen Unterschied gemacht. Oder an Handys oder so zu benutzen. Das heißt, das ist ja schon irgendwie so eine, und das machst du irgendwie zwei bis drei Jahre, also manche machen ja immer noch 13 Jahre Abitur, bei uns war es damals so und du gewöhnst dich an diesen Luxus sozusagen und das vermittelt, es macht ja auch was mit dir und jetzt bist du auf einmal wieder Erstsemestler. Das ist so, als bist du wieder ganz unten. Und das ist schwierig. Und wenn du dann merkst, wir versuchen dann krampfhaft, ich weiß gar nicht, ob das für andere ist, also ob wir das anderen beweisen wollen, ich glaube, es ist mehr was für uns selber. Bei mir war es damals, ich habe euch ja erzählt, in diese Chefposition bin ich ja durch viel, viel Hasteln reingegangen. Ein Hasteln in meinem Engineering-Bereich, ich muss mal das hier anschließen. Und ich habe ja auch einen Engineering-Bereich dann geführt. So, und in dem Bereich konnte mir da wirklich, zumindest für das Produkt, was wir erstellt haben, keiner irgendwas erzählen, weil da hatte ich so ein heftiges Know-how. Ich habe zehn bis zwölf Stunden am Tag gearbeitet, da konnte konnte mir, das war wirklich meine Stärke. Und in dieser Stärke habe ich mich verbissen. Weißt du, weil, wenn du in einem neuen Bereich bist, also du führst jetzt das Team Konzentrieren uns einfach mal auf Aber du hast dich zu sehr darauf konzentriert, auf diesen einen Bereich oder wie? Genau, wir haben jetzt zum Beispiel, ich konzentriere uns jetzt mal auf das Team, du hast Produktion und du hast Manufacturing Engineering zu führen. Und ich habe ja beides vorher gemacht. Ich habe ja selber Produktion gearbeitet und ich habe halt Manufacturing Engineering gearbeitet. und ich hatte damals mein Selbstbewusstsein war, okay, beide Sachen kann ich gut, sehr gut sogar. Okay? Und wenn du jetzt aber in der Rolle der Führungskraft bist, zählen diese beiden Sachen eigentlich nichts. Es ist schön, dass du diese Erfahrung hast, ja, aber diese Erfahrung solltest du eher dafür nutzen, um Empathie für deine Mitarbeiter zu empfinden. Ich habe damals am Anfang aber diese Erfahrung eben genutzt, um mir dieses Befriedigungsbedürfnis zu erfüllen. Weil du willst ja, wenn du einen Tag gearbeitet hast oder in der Schule warst und du gehst nach Hause, willst ja schon irgendwie so das Gefühl haben, okay, du hast heute was gemacht, du hast was gerissen, dieses Erfolgsgefühl. Und damals, als ich Führungskraft geworden bin, habe ich das Mindset gehabt, okay, ich bin verantwortlich jetzt für das Produkt komplett und für das Team. Und da ich nicht wusste, wie man das Team, diese Verantwortung, wie man das macht, also die Führungskräfte Rolle überhaupt, weil ich das nicht gelernt habe, habe ich mich mehr auf das Produkt einfach konzentriert. Aber das machen ja eigentlich andere Leute und du sollst diese Leute führen. Genau. Das hast du dabei vernachlässigt. Du bist also quasi gar kein Teil mehr dieses, also du bist klar, du bist Teil des Systems, aber du bist eher das, was das System strukturiert und nicht das, was strukturiert wird. Oder was sich selber mit in der Struktur sieht, sage ich mal, wenn man das so ausdrücken kann. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau. Und deswegen habe ich mich am Anfang auch extrem schwer getan, zum Beispiel auch Aufgaben zu delegieren. Also selber machen. Ich kann ja das Produkt besser machen. Ich kann ja, ich kann das ja vielleicht, ich habe viel mehr Erfahrung in vielleicht Produktdesign. Warum soll unser zweiter Produktdesigner das machen? Ich weiß, dass ich es besser kann. Aber damit vernachlässigt du dann vielleicht den zu führen oder die Aufgaben zu verteilen an den in der Qualitätssicherung. Und Mitarbeiterentwicklung, Prozesse verbessern, Mitarbeiterentwicklung, Prozesse verbessern, Visionen umsetzen und zwar mit dem Team zusammen. Also aus einer Vision heraus, das Ganze so zu formatieren und transferieren in die Mitarbeiter, dass man das in Ziele umsetzt und diese Ziele gemeinsam als Team erreicht. All diese Fähigkeiten hatte ich damals nicht. Bei mir war nur, ich bin jetzt hier der Chef, der Boss, ich habe hier das Sagen, das heißt, ich kriege den Lob, wenn das Ganze gut läuft und ich kriege einen auf die Fresse, wenn das Ganze nicht gut läuft. Ich habe hier die Verantwortung, das war so meine Einstellung und ihr seid meine Mitarbeiter und tatsächlich, das war eine ganz, 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 ganz krasse Zeit. Ich hatte damals Glück, ich habe nach knapp zwei Jahren in dieser Position, wir haben ja, wie gesagt, eine sehr große Firma und wir haben unsere eigene Leadership Academy. Das heißt, ich habe sehr schnell erkannt, dass ich krasse Defizite habe und habe das auch, ich bin immer jemand gewesen, der zum einen sehr selbstkritisch ist, zum zweiten, aber ich habe jetzt auch kein Problem, nach Hilfe zu fragen, wenn ich merke, ich komme nicht weiter. Okay, hast du vielleicht ja auch gelernt am ersten Arbeitstag, wo du nicht nach der Hilfe fragen wolltest. Genau, das ist so, das ist das Learning gewesen wahrscheinlich, genau, da hast du recht und ich habe dann damals meinen Führungs, meinen Chef einfach die Problematik erklärt und habe gesagt, du, irgendwie glaube ich, also es läuft zwar alles, ja, das Produkt wird geliefert in der richtigen Zeit, in der richtigen Qualität und, und, und. Ich sage, aber das kann nicht Führung sein, was ich hier mache. Ich mache hier das, ich mache das falsch, ich muss das lernen und damals habe ich mein erstes... Warte mal, warum hattest du das Gefühl? Wenn es ja lief, warum hattest du das Gefühl? Das ist eine echt gute Frage, warum ich das Gefühl hatte. Zum einen, weil ich selber erkannt habe, dass ich irgendwie Sachen mache, die ich gar nicht machen muss. Ah, okay. Also, dass ich ganz viele Dinge von dem Manufacturing Engineering Bereich übernehmen, übernommen habe damals. Zum anderen, dass sich das Team... Ich habe nicht gefühlt, dass ich ein Team führe. Das war ein Haufen von Leuten. Aber es war so keine Gemeinsamkeit. Genau. Also, da war wirklich nichts... Wir hatten keine Workshops gemacht. Wir haben nicht über Ziele gesprochen, gar nichts. Das war wirklich... Ich komme zur Arbeit, ich mache mein Thema und gehe wieder nach Hause, sozusagen. Also, das war nicht, nicht wie man sich so ein hocheffektives Team vorstellt. Deswegen hat sich das für mich irgendwie alles nicht richtig angefühlt. Okay. Ich hoffe, das beantwortet ein bisschen deine Frage. Ja, ja, Ein bisschen, Und ich habe tatsächlich meinen Vorgesetzten damals um Hilfe gebeten. Ich habe gesagt, irgendwie läuft das hier nicht... Also, das läuft zwar für dich, du siehst, dass es läuft, aber ich weiß, dass ich nicht als Führungskraft hier gerade einen guten Job mache. Und das war immer mein Anliegen, wirklich eine gute Führungskraft zu sein. Weil ich auch in meiner beruflichen Laufbahn einige Chefs erlebt habe, die sich so verhalten haben, wo ich mir gesagt habe, okay, Paul, so möchtest du definitiv nicht sein. Also, zum Beispiel, du überziehst deine Pause um fünf Minuten und kriegst von deinem Mais deine Fünffrisur. Das ist nicht schön. Das ist auch nicht wirklich Führung. Und damals, da habe ich dann einen Kurs bekommen, das ging ein Jahr lang, zusammen mit anderen Führungskräften, wo ein Coach, der selber mal wirklich am Top-Level war von unserem Unternehmen, der uns da gecoacht hat, da habe ich viele Tools zum ersten Mal kennengelernt, zum Beispiel, wie man Mitarbeiter motiviert, hat auch viel mit Mindset und Psychologie zu tun. Also, ich würde das jetzt hier nicht, das würde zu weit gehen, wenn ich das jetzt hier... Da kann man ja vielleicht auch zu dir gehen und zu deiner Firma, die du jetzt gegründet hast und kann sich da auch ein wenig ausführlicher ein bisschen beraten lassen, wenn wir mal hier ein bisschen das Ganze promoten können. Also, klar, wir können jetzt, wir sprechen natürlich ein paar Sachen an, aber so, wenn man wirklich die tiefgehenden Sachen ein bisschen erfahren möchte, kann man sich ja noch mal die Leadership Academy, oder so heißt die Leadership Academy, oder wie heißt es? Nee, sie heißt jetzt... Leadership Revolution anschauen, genau. The Leaders Revolution heißt das Ding. Und das ist tatsächlich noch keine Firma. Ah, okay. Denn, ich sage euch, was da jetzt hinter steckt. Jetzt kann ich glaube, jetzt haben wir genug außenrum so weit ausgeholt, dass wir jetzt wirklich zum Punkt kommen können. was ich gelernt habe, das war Theorie. Es ist so, du gehst zu einem Kurs, ich weiß nicht, viele gehen zu Seminaren, die gehen irgendwie für ein, zwei Tage irgendwo hin, wo sie zum Beispiel das Thema Feedback, also Feedback zum Beispiel ist ein wichtiges Thema. Wie gebe ich einem Mitarbeiter das richtige Feedback? Gibt es ja verschiedene Strukturen, aber in der Regel ist das ja so aufgebaut, du sagst erst mal was Positives. Ja, also mir hat zum Beispiel sehr gefallen, wie du das Projekt letztes Jahr umgesetzt hast. Mir hat gefallen, dass du sehr fleißig warst, du hast eine super tolle Struktur aufgebaut und, und, und. Und dann gehst du in das, was dich stört und machst es aber dann ausbaufähig sind zum Beispiel die ganzen Dokumentationen. Also ich habe mich nicht immer gut abgeholt gefühlt und, 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 und. Und dann gibst du durch Coaching-Tools deinen Mitarbeitern die Möglichkeit, sich selbst nochmal zu reflektieren, dass er sagt, okay, alles klar, habe ich verstanden, vielen Dank für das Feedback und dann vereinbarst du keine Ahnung, beim nächsten Projekt im halben Jahr, was dich gestört hat, wie ihr gemeinsam daran arbeitet, dass der Mitarbeiter sich verbessert zum Beispiel, ne? Das ist so in der Theorie, wie man Feedback gibt. Und da gibt es Kurse für. Du kannst für, je nachdem, bei welchem Trainer du das machst, ein bis zwei Tage gehst du dahin, auch wieder mit anderen Führungskräften. Da wird das Thema ausführlich besprochen und es gibt auch Übungen, die du dann mit anderen Menschen machst. Das ist die Theorie. Und dann gehst du mit diesem Wissen wieder zurück in deinen Job. und willst das umsetzen. Und was ich in meiner achtjährigen Laufbahn als Führungskraft gelernt habe zwischen Theorie und Praxis, da ist ein Meilen, da sind ein Meilen Unterschiedstisch. Dazu haben wir auch einen eigenen Podcast, Theorie versus Praxis. Genau dazu. Lustig, dass du das ansprichst. Ja. Ja, cool. Und darauf basiert jetzt die Geschichte mit der Leaders Revolution. Also warum überhaupt der Name der Leaders Revolution? Ich bin der Meinung, jeder von uns hat einen Leader in sich drin. Also zumindest jeder, der eine Führungsposition hat, hat irgendwo auch einen Leader in sich drin. Er muss den nur aktivieren. Er muss eine Revolution in sich selber sozusagen auslösen, das verstehen, dass er den Leader rauslässt. Führungskraft Kräfte, also von Führungskraft zur Führungspersönlichkeit werden. Das ist ein Entwicklungsprozess. Und in Führungspersönlichkeit steht auch das Wort Persönlichkeit. Das hat sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Was man auch seinen eigenen Stil findet, oder wie? Wie bitte? Was man auch seinen eigenen Stil findet, oder wie? Oder was gehört dann für dich dazu? Genau, genau. Es ist ja auch wichtig, dass du authentisch bleibst. Auch da wiederum, also wenn du jetzt zum Beispiel so auf so ein Seminar gehst, wo dir erklärt wird, wie du empathisch dich an deine, an dein Team, an bestimmte Menschen anpassen kannst. zum Beispiel wird dir dann dabei gebracht, also nehmen wir mal an, du bist jetzt irgendwie so ein Typ high, ja, du bist so ein Typ, der eigentlich zielgerichtet seine Dinger macht, du bist immer straight, ne, du kommst da hin und sagst, hey, ich möchte, dass das Thema bis morgen um 13 Uhr erledigt wird, und wenn es nicht erledigt wird, haben wir alle ein Problem. So, du bist so vom Typ, so ein Typ, einfach, ne, Das ist der Typ high? Ja, kennt ihr Tobias Beck? Ne, vom Namen, aber ich habe mir nicht wirklich, ne, nicht wirklich. Ja, also Tobias Beck, müsst ihr mal googeln, Tobias Beck beschreibt das immer ganz lustig, finde ich, der beschreibt, die Menschentypen vergleicht er so ein bisschen spielerisch mit Tieren, da sagt er, es gibt vier Menschentypen, es gibt einmal den High, es gibt einmal den Wal, den Delfin und die Eule. Okay. Also, das ist klar, das ist nicht sogar angesprochen? Das kann auch sein. Ich habe das glaube ich schon mal gehört, aber sprich weiter. Ihr müsst das mal googeln, das ist, das ist, das ist super, super cool, wie er das vor allem erklärt, ähm, und das ist aber auch wiederum Theorie, ja, also ich kann, soll ich das kurz an, anbringen, oder? Ja, gerne, gerne, gerne. Also, High ist einfach jemand, der wirklich, ähm, ich bezogen ist, der hat straighte Ziele, und der will, der will seine Ziele erreichen, und der kann auch zum Beispiel über Allleichen gehen, ne, so, und, ähm, Tobias Beck beschreibt in seinem, äh, in seinem Video, ähm, wie so ein Typ auch aussieht, ne, was für ein Auto der fährt, welchen Urlaub der macht, der macht gerne eine auf dicke Hose, wenn er irgendwo in einer Party ist, dann ist das der, der irgendwie die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht, das ist so der Typ der High. Äh, 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 der Typ Wahl ist eher so einer, äh, der möchte immer die Welt retten, ja, also der ist immer so total lieb, und will immer irgendwie, dass, also seine höchsten Werte sind, Familie, dass das alles so schön harmonisch ist, äh, ist aber auch ein sehr ängstlicher Typ, äh, reagiert nicht so gern auf Veränderungen, also, also der mag kein... Ganz kurz, sind das allgemeine Typen, oder sind das jetzt speziell Führungspersönlichkeiten? Nee, nee, das sind allgemeine Menschentypen einfach. Genau. Und, äh, dann gibt es den Delfin, der will einfach immer Spaß haben, der ist immer bunt gekleidet, hat immer die neuesten Sachen, irgendwie, äh, äh, ist so der Best Body, sozusagen, äh, dem ist das extrem wichtig. Jetzt war die, warte mal, jetzt musst du nochmal die letzten zwei Sätze wiederholen. Ähm, ähm, du hakst gerade ein bisschen. Allgemein. Ach so, okay. Hallo? Äh, ja, das ist... Hörst du mich? Hallo, hallo? Ja, man hört mich da, das Video... Ich glaube, ich glaube, ich glaube... Jetzt hat es sich stabilisiert, alles Gute. Oh, jetzt sind wir wieder da, oder? Doch nicht. Ja, es wird hier langsam... Ja, warte mal. Hört ihr mich? Also, wir hören dich auf jeden Fall. Ja, aber es ist alles... Das Video passt nicht ganz dazu, aber, aber sonst sprich einfach, der Ton ist dort. Nein, der Ton ist doch nicht dort. Ist klar. Also, äh, aber ihr habt es noch mitgekriegt mit... Hört ihr mich? Ach, warte. Okay, okay. So, kleine technische Probleme hier, aber jetzt müssen wir uns dann... Wir sind in fünf Minuten für euch da. Technische Probleme. Ja, das ist, Simon, das ist halt das Ding, wenn man über Internet das Ganze macht. Ja, ich habe aber auch zwischendurch gehakt, deswegen... Ja, alles gut, mach das erstmal. Wir quatschen ein bisschen für uns. Ja, das Ding ist, ich freue mich auch schon so wieder bei uns im Büro. im Büro aufzunehmen, ne? Ja, man, das ist, das ist viel... Äh, immer wieder, ich weiß nicht, guck erstmal, dass es sich stabilisiert und dann, ähm, schon wie es aussieht, jetzt auch noch dein Name da irgendwie, ich weiß nicht. Ja, alles gut. Alles gut, mach das erstmal. Wir quatschen ein bisschen so für uns. Weißt du, woran es liegt? Aber hör... 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 Hör dich nicht wirklich. Hör dich nicht. Hör dich nicht. Sonst geh einfach nochmal raus und dann komm wieder rein, ja? Was wir machen können... Genau, ich geh mal, ich geh mal genau, das mache ich jetzt. Okay. Yeah, jetzt... Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Eine Sache, ähm, ganz kurz, die ich dir sagen möchte, vielleicht, vielleicht sehen das die Zuschauer auch so, vielleicht nicht. Ähm, jetzt ist es schon wieder ein bisschen öffeneres Gespräch, aber am Anfang wollte er erstmal seine Story erzählen und so ein bisschen so ein Intro und sowas so. Ähm, lass dich mal ein bisschen reden, Digga. Nochmal. Ah, da ist er wieder. Werner? Oha. Paul. Stellt eine Verbindung zum Audiosignal her. Top. Top, Digga. Jetzt bist du aber irgendwie schräg. Ich weiß nicht. Jetzt bist du so. So, ich bin... Jetzt, äh, jetzt echt kommentierst. Dödem. Also, wir hatten ja eigentlich mal das Konzept, dass wir ihn nicht schneiden, ne, Timon? Ist das immer noch so? Ja, ich glaube, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen. So, ich bin wieder da. So, perfekt. Oh, alles klar. Gut, wo waren wir? Du hattest den Delfin erklärt, du hattest den Wal erklärt und den Hai erklärt. Äh, ich glaube, die Eule. So, und, äh, die Eule. Yeah. Ist, ähm, was ist los? Du warst wieder komplett weg. Oh, das ist doch scheiße. Wo bist du denn gerade? Oder bist du in Niedersachsen irgendwo im letzten Cup, oder? Egal, kein, kein, kein Stress. Ähm, wir schneiden das dann einfach wirklich raus. Wir brechen da ein bisschen jetzt umregeln und dann gucken wir erstmal, dass es sich stabilisiert und dann, wenn es wirklich wieder regelmäßig läuft, dann sagen wir einfach wieder ein Go. Also, ich bin tatsächlich. Okay, okay. Ähm, aber, seht ihr mich? Hört ihr mich? Ja, man hört dich immer wieder und man sieht dich immer wieder und dann auch irgendwie zwischendurch halt nicht. Das ist echt komisch, weil ich habe hier 4G, ich habe non-stop Datenvolumen, also an mir kann es eigentlich nicht liegen gerade. Das ist immer lustig, auch diese Diskussion, ne, an wem es liegt. auch wenn man mit Freunden... Aber gerade sieht es gut aus. Gerade sieht es gut aus. Jetzt sieht es wieder gut. Aber es ist lustig, ne, wenn man diese Diskussion hat, zum Beispiel, wenn ich mit Freunden telefoniere oder Team oder so, Digga, krieg mal bitte dein Netz auf die Reihe. Und dann ist der eine so, ey, ich wohne im 5. Stock in Eppendorf, mitten in Hamburg und der andere ist so, ja, genau das ist das Problem. Du wohnst im 5. Stock in Hamburg, du mitten im Zentrum, da ist kein Netz und der andere so, Digga, würdest du mich verarschen? Du wohnst irgendwo in Niedersachsen, im größten Kaffel. Was erzählst du mir hier? Und dann beginnt die Diskussion. Ja, aber der Punkt ist, der Punkt ist, du hast ja, selbst wenn ich jetzt hier in Niedersachsen im Kaffel bin, hier gibt es vielleicht einen Pfeiler und den Pfeiler nutzen vielleicht gerade 10 Leute. Wenn du in Hamburg bist, wie viele Leute connecten sich mit deinem Netz gerade dann da? Ja, also das liegt wahrscheinlich an uns. Bestimmt. So viel zur Verantwortung übernehmen. Nee, nee, keine Ahnung. Aber gerade scheint es gut zu sein. Also ich würde sagen, wir steigen einfach wieder ein, falls das für dich so geht. Ja, das ist klar. Ganz kurz als Anfang, wir haben jetzt hier einen kleinen Schnitt gemacht. Ja, es gab ein bisschen Internetprobleme. Aber der Pole ist wieder back. Es lag nicht an mir. Ach so, es lag an uns. Oh, ich freue mich auch schon, das Ganze zu schneiden. Normalerweise ist das unnormal entspannt, weißt du? So, ich nehme das Video, packe das rein, lade das hoch, bearbeite ein bisschen die Audio und sowas. Alles gut und so, ne? Jetzt darf ich hier das zusammenfügen und jenes und dann darf ich mich darum kümmern, das Übergang ist, wenn ich es überhaupt schneide. Vielleicht lasst du es ja auch einfach so. Lass es doch so. Also, ich finde das, ich meine, dann gab es halt ein paar technische Issues. Das ist nun mal so. Es ist Corona gestuldet. Eben, eben. Sonst wäre ich ja, ich wäre ja auch gern zu euch ins Studio nach Hamburg gefahren. Das wäre kein Problem, aber. Ja, das gefällt mir eigentlich auch persönlich besser. Ich freue mich auch richtig, wenn es da wieder losgeht. Eigentlich liegt alles an Corona, okay. Also, Ownership, so ein bisschen Verantwortung, packen wir jetzt ganz weg. Es liegt alles an Corona. Alles. Okay, okay, Jungs, das müssen wir alles wegschneiden. Das funktioniert jetzt nicht. Nein, lass uns mal zum Thema zurückgehen. Lass uns mal hier über die Eule sprechen. Und zwar die Eule. Das müssen wir anfangen, denke ich. Ja, sehr. Alle Menschen, alle Menschen, die sich jetzt die Frage stellen, hä? Jetzt. Wir sprechen über vier Tiere. Warum sind denn die ersten drei Fische, irgendwie so Fischtiere, und die Eule ist doch irgendwie ein Vogel. Was soll das? Und sind überhaupt, also Wal, Delfin, sind auf jeden Fall Tiere. Ich weiß nicht, wie es mit dem Hai ist. Ich glaube, ist das Zäugetier oder Fisch? Keine Ahnung. Heißen Fisch. Heißen Fisch auf jeden Fall. Timo hat da voll den Plan. Er guckt sich immer Naturdokussum einschlafen an. Auf jeden Fall, die Eule beschreibt die Menschen, die sich genau diese Frage jetzt hier stellen würden. Das sind eben diese peniblen Besserwisser, die eben hier alles korrekt haben wollen. Die, wenn sie dann den Teller vor sich haben, da sind irgendwie kleine Mörchen und kleine Erbsen, die werden sie erst mal sortieren, die Erbsen nach rechts, die Mörchen nach links, bevor sie dann anfangen zu essen. und also Tobias Beck kann das super, super geil beschreiben. Viel, viel besser als ich. Da lacht ihr euch kaputt. Schaut euch unbedingt mal sein Video an. Das ist ein Comedian, oder? Nee, das ist einer der Top Speaker in Deutschland tatsächlich. Der macht Motivationstrainings und der hat eben dieses Mensch-Typen-Modell für sich übersetzt und also ein bisschen witziger und cooler gestaltet. Kann ich euch nur empfehlen. zieht euch das rein, lacht ihr euch kaputt. Genau, aber der Punkt ist, was ich ja sagen wollte, ist, wenn du dieses Theorie-Wissen lernst, weißt du noch lange nicht, dass du jetzt auf einmal mit deinem Team umgehen kannst. Ja, du hattest gerade gesagt, der High kommt in die Firma und sagt, ich will das bis morgen um 15 Uhr auf dem Tisch liegen haben und wenn das nicht passiert, dann gibt es hier richtig Rambazamba. Genau, genau. Jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt so ein Typ und du führst so ein Team. Und das machst du schon seit fünf Jahren. Und jetzt gehst du auf ein Seminar und dort wird dir beigebracht, ja, pass mal auf, in deinem Team hast du ja vier Typen und kann ja sein, dass du einen hast, der ist ein Wal und mit dem Wal kannst du so nicht reden. Weil der Wal, der fängt vielleicht an zu weinen dann danach. Wenn du den so fertig machst, dann ist er kontraproduktiv. Der sitzt dann in seinem Stuhl und regt sich erst mal zwei, drei Stunden darüber auf, was für ein Arschloch du bist. Aber du bist nun mal dieses Arschloch. Du bist dieses authentische Arschloch, was du schon seit Ewigkeit bist. du machst, keine Ahnung, du führst den Laden schon seit 20 Jahren so. Jetzt gehst du auf ein Seminar und jetzt kommst du wieder und jetzt kommst du zu dem High und jetzt müsst ihr mal vorstellen, dieser Typ, der dich irgendwie 20 Jahre lang so behandelt hat, hast dich schon dran gewöhnt, kommt auf einmal und sagt, Weißt du, es ist ja wirklich wichtig, dass wir dieses Thema machen. Und ich weiß, dass das auch für dich sich vielleicht jetzt auch ein bisschen stressig anfühlt. Aber wenn du das nicht schaffst, dann wird unsere Gesamte, verstehst du, du bist ja überhaupt nicht mehr authentisch. Du bist ja nicht mehr der Typ, der du wirklich bist. Ich habe mich jetzt schon, da habe ich jetzt schon nicht mehr ernst genommen, ganz ehrlich. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Und dann, wenn du jetzt halt diese Methodiken, da gibt es wirklich, Leadership ist eines der, komplexesten Themen überhaupt. Warum? Weil du mit Menschen zu tun hast. Und mit Menschen, wisst ihr selber, mit einem versteht man sich gut, mit anderen versteht man sich schlecht. Und das ist auch noch eine Geschichte, die total dynamisch ist. Es kann ja auch sein, dass Menschen verändern sich ständig. Es kann sein, dass ein Typ, dein Mitarbeiter jetzt, der immer Wahl war, geht am Wochenende zu so einem Selbstmotivations, Seminar, kommt auf einmal so wieder und ist auf einmal komplett anders drauf. Oder keine Ahnung. Voll der Hai. Verstehst du, was ich meine? Das heißt also, wenn du in so ein Seminar reingehst und da Theoriewissen annimmst, ist es extrem schwierig, dieses Theoriewissen in der Praxis nachher umzusetzen. Und damit werden aber die Coaches normalerweise alleine gelassen. Das heißt, die meisten, die meisten, die was werden alleine gelassen? Sorry, ich habe das nicht gehört. Die Coaches. Coaches? Die Coaches. Also, du bist Coach, du coachst jemanden, derjenige, den du coachst, der ist der Coachie. Alles klar. Gut, ich bin da nicht so drin, in der Ente, man das sagt. Kein Problem. Und mit der Umsetzung werden die Menschen halt alleine gelassen. Und da passieren die Fehler. Erstens, nimmst du nicht alles mit aus so einem Seminar. Wenn du irgendwie 10% Wissen mitnimmst, bist du schon sehr gut. Und diese 10% nachher in der Praxis umzusetzen, die meisten steifern da. Oder die fahren so wie ich. Ich bin jemand, der viele Dinge ausprobiert. Die fahren erst mal ein paar Mal gegen die Wand, bis sie dann für sich selber gelernt haben, okay, alles klar, so läuft das. So läuft das. Okay. Und wie läuft's? Was ist der Unterschied, der quasi dann The Leaders Revolution? Wo ist da der Unterschied zwischen so einem Seminar? Also, es gibt erst mal gar keine Seminare bei The Leaders Revolution, sondern The Leaders Revolution ist eine Plattform, wo man sich unter... Ja, genau. Was ist der Unterschied zu den Seminaren? Unter den Führungskräften und den Coaches und Trainern, dass man sich halt überhaupt auf einer Plattform gegenseitig austauscht. das ist so die Idee dahinter. Meine Vision tatsächlich ist irgendwann eine Leadership Academy draus zu machen. Ah, okay. Dann habe ich sogar richtig schon angesprochen. Geil, okay. Genau, genau. Mit dem Unterschied eben, mit dem Unterschied eben, dass zusätzlich zu den Seminaren die Führungskräfte weiterhin nach den Seminaren begleitet werden durch Führungskräfte, nicht durch Trainer, weil durch Führungskräfte, die durch diese Scheiße schon mal selber gegangen sind, ja, so als eine Art Mentoring. Das heißt, du kriegst dann einen Mentor, du hast das gelernt, du kriegst einen Mentor, der diesen Weg schon gegangen ist und der begleitet dich und hilft dir bei der Implementierung der Theorie in deine Praxis. Aber wie könnte das aussehen? Also wie würde der dir da dann helfen? Also sagt der dir dann, was du in bestimmten Situationen vielleicht anders hättest machen sollen oder anders machen solltest oder übernimmt der dann da selber einen Part? Ist der Begriff Mentoring für euch bekannt? Ja, wir haben, wir haben, wir waren bei das Startup-Teams, waren bei den Startup-Teams der WHU. Nee, nicht Startup-Teams, Three-Day-Startup ist das. Ah ja, nee, Startup-Teams haben wir uns geworben, das wird dann doch nicht hier gegangen. Three-Day-Startups sind wir hingegangen. Von der WHU, das ist so ein Startup, auch Mentoring-Programm, also wir hatten da dann auch einen Mentor für uns. Genau. Also ja, wir sind mit dir. Und wie habt ihr mit dem Mentor gearbeitet? Der hat uns an vielen Stellen, also wir haben, es ging hauptsächlich darum, einen Pitch vorzubereiten, also für das Startup-Teams selber dann und der hat uns viel erzählt, wie es, sag ich mal, aus seiner Sicht letzten Endes am Ende ankommen sollte und was er denkt, welche Schritte gegangen werden sollten beziehungsweise wo auch manchmal Denkfehler allgemein beziehungsweise vielleicht bei uns sind und uns dann Dinge vorgeschlagen. Aber wir waren letzten Endes frei in der Umsetzung. Ja, er ist immer zwischendurch mal reingekommen und sagt, hey Jungs, woran arbeitet ihr gerade? Warum machst du denn das so? Probier es doch mal so. Ich gebe dir mal hier den Anstoß. Ah okay, ihr könnt das noch nicht so richtig mit Excel und sowas und warte mal, ich bereite euch mal was vor, aber ihr arbeitet dann weiter und wir machen das gemeinsam. Arbeitet dann weiter dran, überlegt euch noch ein paar Sachen, ich komme mal wieder in der Stunde wieder und so. Das war mega cool. Also das hat mega geholfen. Also das war schon richtig, richtig auch ein cooler Typ. Und so ähnlich funktioniert auch Mentoring tatsächlich. Also erstmal ist das immer eine Person, mit der du dich ein bisschen identifizieren kannst und es ist eine Person, die das, was du gerade machst, die deine Herausforderung schon mal selber durchlebt hat und es ist einfach eine Person, denen du mal Fragen stellen kannst beziehungsweise mit denen du aktiv dich austauscht. Zum Beispiel, ich habe jetzt das gelernt, ich möchte es implementieren. Okay, wenn ich aus dem Kurs rausgehe, habe ich ungefähr eine Ahnung, wie ich das machen will. Dann fange ich das an zu machen und merke, okay, das geht irgendwie in die falsche Richtung. Dann ist es immer gut, wenn man jemanden haben kann, den man mal anrufen kann oder mit dem man sich austauschen kann zu dem Thema, dass man sagt, hey, guck mal, ich war jetzt hier auf dem Seminar und habe mit meinem Mitarbeiter wahlisch gesprochen und der nimmt mich nicht mehr ernst. Was habe ich falsch gemacht? Und das ist eben der Unterschied. Also diese Nachbetreuung und zwar nicht durch den Coach, weil der Coach, was macht der Coach? Beziehungsweise, sorry, nicht der Coach, der Trainer. Was macht der Trainer? Der Trainer, der hat Theoriewissen und bringt dir dieses Theoriewissen auf seine Art bei. Da sind viele Trainer, die machen das auf eine unterschiedliche Art und Weise. Der eine macht es Zahlen, Daten faktisch, ja, der andere macht es irgendwie, der entertaint dich, je nachdem, da muss man sich halt aussuchen, was man selber für ein Typ ist, wie man am besten lernt. Das ist das eine. Aber der Trainer, der dieses Wissen dir vermittelt, der hat oft das selber gar nicht erlebt, sondern der hat ein Buch gelesen oder der hat Psychologie studiert oder keine Ahnung was und hat sein Konzept und hat sein Workshop gestaltet und diesen Workshop fährt er ab und den verkauft er und diesen Workshop, das ist ein Standard, ja, das macht er tausendmal. Ist auch gut, also das ist okay, nur hilft dir das nicht in der praktischen Umsetzung, und auch der Trainer ist auch der falsche Ansprechpartner, weil er hat das selber, er ist selber nicht zu einem Ball auf der Arbeit gegangen und hat mit ihm auf einmal irgendwie in seiner Sprache geredet und ist dabei auf die Fresse gefallen, so zu sagen, weißt du, weil diese Erfahrung fehlt ihm einfach. Das ist ja wie, wenn du BWL studierst und auf einmal willst du eine Firma gründen, das sind auch komplett zwei andere Sachen. An wen richtest du dich, wenn du eine Firma gründen willst? Richtest du dich, sagen wir, ich möchte jetzt mit, also Timon und ich möchten eine Supplement-Firma gründen. Richte ich mich dann an den BWLer, der vielleicht super Noten gehabt hat und die Theorie, perfekt drauf, also wirklich, der ist 1A in, weiß ich nicht, recht, der ist 1A in, weiß ich nicht, Vertrieb. Ich grätsche ganz kurz dazwischen, ganz kurz. Er ist super 1A, ja, und er hat auch noch ein super geiles Talent, dir zu erklären, wie du so eine Firma aufbauen kannst. Ja, genau, so. Er kann das, genau, und da ist er richtig, ja, hast du, auf jeden Fall, und da ist er richtig, richtig gut drin. Also das ist, und du denkst dir, wow, den frage ich jetzt nachher ab. Aber ist dann die Frage, ob, der kann dir bestimmt auch viel erklären, das will ich gar nicht hier runter machen und der weiß bestimmt auch sehr viel und natürlich ist das viel besser, als von Null zu starten. Den solltest du vielleicht auch fragen. Aber in Ergänzung dazu, willst du nicht auch den fragen, der vor dir eine Supplementfirma gegründet hat? Der kann dir doch sagen, was er an Fehlern gemacht hat. Der kann sagen, was er an guten Sachen gemacht hat. Welche Strukturen, welche Personen man am besten fragen sollte, bevor man sich in Acht nehmen müsste. Okay, kauf nicht den Rohstoff irgendwie, das passt nicht dazu. Wie musst du das aufbauen und sowas? Da kann der dir vielleicht sogar mehr sagen. Muss nicht sein, aber es ist ziemlich wahrscheinlich. Und ich finde es cool, wenn du da ein Netzwerk hast von Leuten, die viele dieser Dinge durchgemacht haben. Sagen wir, du bist jetzt in einem Pod, in diesem Netzwerk, mit fünf anderen. So, und jetzt gehe ich in dieses Netzwerk, weil ich da Bock drauf habe. Ich gehe jetzt zu The Leaders Revolution. Und ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man führt. Aber ich habe gerade einen Job bekommen, sagen wir, bei Nike und ich soll da jetzt irgendwie ein Team führen. So, und ich habe gar keine Ahnung. Jetzt gehe ich in diesen Pod von Leuten. Ich weiß nicht, wie es genau bei dir aussieht. Ich interpretiere das jetzt mal. Gehe in diesen Pod von Leuten, die alle in diesem Netzwerk sind und da schreibe ich rein, hey, ich bin baff, ich habe total Schiss. Oder irgendwie, ich habe gar keine Ahnung. In zwei Wochen muss ich bei Nike anfangen und da sind 200 Leute unter mir. Und vorher habe ich ein kleines Team gemanagt, ich habe gar keine Ahnung. Und da ist ganz viele Bereiche, wie soll ich das machen? Und jetzt schreibe ich da. Und auf einmal, von weiß ich nicht, 100 Leuten, zwei Leute, die vielleicht irgendwie genau in so einer Branche waren. Und die sagen, hey, versuch es mal damit oder versuch es mal damit oder probiere das aus oder ich habe das und das an Erfahrung gemacht. Und wenn die die ganze Zeit bei dir dranbleiben und du kannst denen immer wieder schreiben, dann ist das mega cool. Und gleichzeitig baust du ein Netzwerk auf. Deshalb finde ich die Idee mega geil. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau so läuft das. Und ich möchte einmal noch mal ergänzend eine Sache sagen. Was ist tatsächlich der Unterschied zwischen dem Typen, der das in Theorie super geil drauf hat und auch noch das Talent hat, es dir super geil zu erklären und dem Typen, der vielleicht die Theorie nicht so gut beherrscht, aber diesen Weg selber gegangen ist. Was kann der andere, der zweite Typ dir sehr, also deutlich besser vermitteln als der erste? Was denkst du? Authentizität. Was denkst du? Wie man mit den Fehlern umgeht. Und generell die Fehler wahrscheinlich überhaupt. Na gut, aber die Fehler könnte ja auch theoretisch jemand vorher erkennen, der das jetzt theoretisch gegangen hat. Die Fehler kannst du erkennen, die Fehler kannst du durch, also ich gehe jetzt mal wieder in den Typ Eule. So eine Eule würde sich ganz viel mit Statistiken beschäftigen. Der kann dir ganz genau sagen, welcher Fehler irgendwie, wie oft, wo, wie ausfällt und welche Auswirkungen das hat. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Punkt, den viele am Anfang vernachlässigen oder der nicht so klar ist am Anfang. Nämlich Empathie. Der Typ, der das aus der Theorie-Welt kennt, der weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn du diesen Fehler machst. Er weiß nicht, welche Emotionen in dir hochkommen dabei. Ob du jetzt Scham empfindest, ob du Stolz empfindest, ob du wütend bist, das weiß er alles nicht. Er weiß nur Zahlen, Daten, Fakten, mehr weiß er nicht. Das kann er dir vermitteln. Aber diesen Weg, wenn du jetzt an diesem Weg bist, gerade du bist total, du bist kurz vorm Ausrasten, weil dein Team einfach nicht das macht, was es machen soll aus deiner Sicht und du hast die Verantwortung, ein Projekt abzugeben nächste Woche, und das kommt einfach nicht. Und dein Team tanzt dir auf der Nase herum und du bist wütend. All diese Emotionen und trotzdem weißt du, dass du es machen willst und du versuchst selber, das zu hasteln und, und, und. Wenn du mit so einem Gemüt jetzt den Theorie-Typen anrufst, dann wird dir die Sachen erzählen, die werden dich noch mehr auf die Palme bringen. Weil er wird dir klugscheißerisch sagen, ja, wieso, aber dann musst du doch das und das so machen und das so machen und keine Ahnung, da hast du einen Fehler gemacht, hier hast du einen Fehler gemacht. Fakt ist, das Führen immer individuell ist. Du musst dich immer wieder auf Menschen einstellen. Man kann das nicht alles verallgemeinern, das geht nicht. Und der zweite Typ, der wird dir erstmal zuhören und der wird dir erstmal sagen, ja, ich weiß ganz genau, wie du dich jetzt gerade fühlst in dem Moment. Ich erzähle dir mal eine Geschichte aus meiner Welt, die ich, keine Ahnung, vor fünf Jahren erlebt habe. Das war eine ähnliche Situation, das und das. Da habe ich mich genau so gefühlt, wie du dich jetzt fühlst. Und das ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis am Ende. Und man, also ich zumindest, ich vertraue eher auf Menschen, die das erlebt haben, von dem, also wirklich erlebt haben, was sie mir beibringen wollen, als anstatt Menschen, die das erlesen haben. Das ist der große Unterschied. Inwiefern, also so wie das jetzt auf mich klang, also der Hauptaspekt ist auf diese Mentoren, bei deiner Idee. Aber gibt es nicht bereits Mentorship-Programms auch für Führungspersonen? Mit Sicherheit. Es gibt viele Dinge. Es gibt auch Podcasts bereits mit unterschiedlichen Menschen. Natürlich, natürlich gibt es viele Dinge. Nee, ich wollte fragen, wie hebst du dich da ab? Du hattest auch nochmal erzählt, dass du trotzdem den Theoretiker, sag ich mal, dann trotzdem noch dabei haben willst, wenn ich richtig verstanden habe. Und das wäre ja zum Beispiel so ein Nischmerkmal, sag ich mal, dass du beides dann drin hast. Um ehrlich zu sein, also eine Sache habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht recherchiert, was es schon gibt und was es nicht schon gibt. Das Ding habe ich vorhin so provokant geantwortet, weil ich bin generell getrieben einfach dadurch, dass mir das Ganze Spaß macht. Also zum einen, ich bin ein leidenschaftlicher Führungskraft und leidenschaftliche Führungskraft und ich habe mir persönlich das Ziel gesetzt, zu einer Führungspersönlichkeit zu werden und beschäftige mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung und gehe tatsächlich auch selber in Seminare und so weiter und so weiter. Das heißt, das macht mir Spaß und auf der anderen Seite macht es mir auch Spaß, anderen Menschen zu helfen. Und das kombiniere ich damit. Ob es sowas schon gibt oder nicht, das weiß ich gar nicht. Das habe ich gar nicht recherchiert. Das interessiert mich auch nicht, weil ich bin gar nicht dabei, groß aufs Business raus momentan. Das ist nicht so, ich habe kein Konkurrenzdenken aktuell. Ich denke mir, oh, okay, der macht das. Ich muss das irgendwie besser machen. Ich muss das anders machen. Ich mache das einfach so, wie ich es mache. Ich bin total authentisch. Und es gibt bestimmt Menschen, die denken, okay, was labert der Typ da? Was will der? Also weg mit dem. Und es gibt aber auch Menschen, die sagen, hey, das ist, was der Paul da erzählt, ich kann mich damit voll identifizieren. Ich fühle mit ihm und das interessiert mich einfach. Ich folge ihm. Und das ist so mein Doing dahinter. Mit Sicherheit gibt es schon solche Schulen, die genau solche Programme schon machen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, okay, erst mal rein und dann auf Anklang finden. Ja, so machen wir das ja quasi auch. Ich meine, du hast ja, letzten Endes hast du damit ja recht, es gibt ganz viele Podcasts schon. Es gibt auch ganz viele Podcasts, die in eine ähnliche Richtung gehen. Aber wir haben auch selber Bock darauf und deswegen haben wir einfach damit angefangen. Und ja, man merkt ja, es bleiben immer mehr Menschen kleben. die sich mit uns identifizieren können, wie bei dir auch. Also, willst du selber auch dein Mentor gerne sein in deinem? Ich bin bereits tatsächlich Mentor. Ja, genau. Also, ich habe schon einigen Führungskräften, die jetzt gerade starten, helfe ich auf den Weg. Ich habe schon einigen geholfen. Ich helfe auch jungen Menschen, die Führungskraft werden wollen, die irgendwie einen Rat haben wollen. Es kommen tatsächlich viele, viele Menschen zu mir und fragen mich nach Rat. die mich kennen aus meinem Netzwerk. Und vielleicht ist auch so die Idee entstanden. Ich dachte, Mensch, wenn ich Menschen helfen kann, warum nicht? Lass uns das doch mal ein bisschen größer machen. Lass uns doch mal die Plattform Instagram nutzen und schauen, was da so geht. Da bist du jetzt auch relativ neu dabei, oder? Jetzt bei Instagram. Genau. Ich bin erst seit ungefähr zwei bis drei Monaten dabei. Ich finde mich da selber erst mal. Das Ganze sieht noch nicht so ganz professionell aus, was ich da mache. Aber mir ist auch immer wichtig gewesen, okay, starte erst mal. Fang erst mal an. Und das wird sich mit der Zeit, das wird sich mit der Zeit halt professionalisieren. Und ich bin halt auch so drauf, dass ich sage, die Dinge, die ich selber nicht machen kann, die delegiere ich an andere Menschen weiter. Ja, es ist lustig. Sorry, einmal ganz kurz. Ich finde, weil ich gerade gelacht habe, nicht, dass du irgendwas Falsches denkst oder so, und weil Timo noch gerade so schmunzelt. Das ist genau, also es sind so viele Sachen, die du sagst, die wir genau gleich gesagt haben. Also es ist echt irre. Besonders das mit dem einfach starten. Ich glaube, das sagen viele, aber das ist lustig, weil wir haben auch gesagt mit dem Podcast, okay, vielleicht hat das jetzt gerade nicht die beste Qualität. Und wir haben einfach ein Mikro, was extrem alt und nicht gut ist. Also wenn du dir die ersten Podcasts anhörst, Gottes Willen, ich bin ja für den Podcast so hauptsächlich zuständig. Und ich bearbeite die Audio und so. Und ich habe mir das letztens nochmal angehört, als ich alle überarbeitet habe. Und meine Güte, das hört sich so schrecklich an. Also wirklich schrecklich. Aber guck mal, jetzt machen wir hier gerade, auch wenn es manchmal ein bisschen hapert, machen wir das Ganze über Video, laden Leute von ganz anderen Orten ein, haben schon die unterschiedlichsten kennengelernt, haben hier schon unser Setup. Also einfach starten, das ist lustig. Und es sind einfach viele Sachen, die wir genauso besprechen. Auch mit diesem Delegieren, das wollen wir in nächster Zeit genauso machen. Zum Beispiel, dass wir einfach Sachen automatisieren. Da orientieren wir uns so ein bisschen an dem Gedanken von Tim Ferriss. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Auf jeden Fall. Und wollen da auch ein bisschen was delegieren. Zum Beispiel sowas wie Schneiden oder sowas. Ich mache zwar vieles im Podcast, macht mir auch mega viel Spaß. Aber da jetzt irgendwie 30 oder 31, ich finde es bei Folge 31 oder 32, glaube ich, 32 Folgen alle mir durchzuhören, zu schneiden, zu bearbeiten und dann als Clips hochzuladen, was wir nämlich machen wollen auf YouTube. Das muss ich nicht machen. Und da jemanden zu finden einfach. Zum Beispiel sowas. Und das ist genau der Weg, das ist genau der Weg, den ihr wahrscheinlich auch lernen werdet. Ihr macht das jetzt aus Spaß. Irgendwann wird aus Spaß mehr Spaß und irgendwann wird aus diesem Spaß vielleicht auch irgendwie wirklich Business. Und dann werdet ihr an diesem Punkt ankommen, wenn ihr, dass ihr sagt, okay, was ist denn jetzt, was ist eigentlich mein Wert dahinter bei diesem Podcast? Was mache ich eigentlich? Also was will ich denn wirklich machen? Ich bin ja derjenige, der Interviews macht. Ich bin ja derjenige, der irgendwie mit Menschen, also Menschen findet, die sich reinholt und mit denen redet und so weiter. Aber ich bin ja nicht mehr, bin ich ein Designer, bin ich irgendwie ein Grafiker. Momentan seid ihr alles. Aber irgendwann, wenn ihr größer werdet, werdet ihr dieses nicht mehr machen können. Und dann ist der Part. Und auf die Stärken fokussieren. Und dann ist der Zeitpunkt auch, wo ihr dann Führungskräfte seid tatsächlich. Weil der erste Punkt ist dann, anfangen zu delegieren. Dass du sagst, okay, das ist irgendwie, das kostet mich so viel Zeit, ich kann sowieso gar nicht so gut. Also ich kann zehn Stunden daran hocken. Es ist immer noch nicht so qualitativ, wie ich mir das gerne hätte. Ja. Okay, dann nehme ich hier einen Kumpel oder keine Ahnung oder irgendjemanden, der es richtig drauf hat. Wenn das in einer halben Zeit macht, dann kriegt er eben irgendwie einen Betrag von mir dafür. Ja. Das ist ja dieses klassische Delegieren am Ende dann. Genau. Es sind jetzt zehn Stunden meiner Arbeitszeit. Fünf irgendwie von jemand anderem in dem Sinne wert. Ich will jetzt das andere richtig runterspielen. Aber wenn man sich vorstellt, ich bearbeite jetzt zehn Stunden hier in der Audio, weil ich alles mir angucken muss. Ich muss alles machen. So, sagen wir, im Moment verdiene ich noch als Rettungssanitäter, werde ich jetzt anfangen. Wieder. Ich habe die Ausbildung, werde ich jetzt wieder vom Studium anfangen, ein bisschen Geld zu verdienen. Sagen wir, ich verdiene da jetzt zehn Euro die Stunde. Kriegt so wenig. Hat es gerade gesagt, das ist ein bisschen irre. Auf jeden Fall. Sagen wir, ich verdiene zehn Euro die Stunde. Aber es sind zehn Stunden Arbeit. In zehn Stunden kann ich hundert Euro verdienen, sagen wir. Davon bleiben mir dann vielleicht sechs, sieben. So, wenn ich jetzt jemanden finde, der das in einer schafft, dem zehn, zwanzig bezahle, dann hat sich das trotzdem für mich gelohnt. Dann habe ich von den 70 Euro, die mir übrig bleiben, habe ich zwanzig bezahlt. Differenz von 50 und ich habe auch noch mehr Zeit. Das heißt, ich habe quasi Geld und Zeit quasi, sage ich mal, eingespart, wenn man das so sehen möchte. Also, und da müssen wir definitiv noch reinkommen. Definitiv. Definitiv. Aber am Anfang, wenn man, also, wenn man selber noch nicht hundert Prozent weiß, wie soll das Ganze aussehen, dann ist es natürlich immer besser, dass man das selber gestaltet und wenn das Konzept nachher richtig steht, dann weißt, okay, das ist die Vision, das ist die Vision, dann fängst du an, diese Vision in Ziele umzuwandeln und diese Ziele wirst du in kleinere Abschnitte schreiben, kleine Häppchen, Häppchen, Häppchen und dann guckst du, okay, welches Häppchen kann ich wo am effizientesten einsetzen? Das ist unternehmerisches Denken. Genau, das ist, ja, genau und sehe ich genauso, weil bei manchen Dingen habe ich zum Beispiel oder wir, wir haben noch keine Vorstellung so richtig, okay, wie soll das jetzt Ganze vom Design aussehen? Nehmen wir als Thumbnail jetzt die Person oder nehmen wir als Thumbnail sagen wir hier den Video-Ausschnitt? Solche Sachen einfach, klar, da könnte jetzt jemand für uns einfach entscheiden, aber das möchten wir nicht. Das heißt, wir finden das erstmal für uns selber raus und wenn wir das dann für uns selber rausfinden haben, dann sagen wir, okay, jetzt kann das jemand anderes übernehmen, weil wir eine klare Vorstellung haben. Bevor wir keine klare Vorstellung haben, geben wir nur Geld aus, wenn wir es an andere Leute delegieren, weil die die Sachen nicht umsetzen können. Und das ist auch der Punkt, wenn ihr anfangt zu delegieren, dann werdet ihr mit einer Sache konfrontiert, ob ihr es wollt oder nicht. Das Thema Kommunikation und wie delegiere ich das Thema richtig, ja, weil das, was du in deinem Kopf hast, das so richtig einem anderen zu erklären, beizubringen, auf welche Art und Weise, wie auch immer, dass nachher der Output, für den du bezahlst, genauso aussieht, wie du das gerne hättest. das ist so ein, dann wird das, dann wird das wirklich, wirklich interessant. Dann fängst du an, dich mit, automatisch schon mit diesen Führungssachen auseinanderzusetzen. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Eigenschaften für jemanden, der führen möchte, für eine führende Person? Also, das absolut Wichtigste ist immer die Selbstreflexion und Selbstverantwortung. Wir hatten vorhin, als die Internetleitung weg war, haben wir damit ein bisschen rumgeflachst. Oft neigen wir dazu, automatisch, wenn irgendwas nicht läuft, zu sagen, ja, es läuft nicht, weil, ja, mein Business läuft jetzt nicht, weil Corona da ist, jetzt irgendwie gerade, weil irgendwie, wir sind eingeschränkt und, und, und. Wenn du führen möchtest, dann musst du als allererstes lernen, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung, das, Verantwortung ist ein mächtiges Werkzeug. Verantwortung lässt, dich, ja, macht dich, gibt dir die Macht einfach, selber dir die Macht, deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Das, du hättest jetzt auch sagen können, hey, Podcast nehme ich am liebsten bei mir im Büro auf, in unserem Studio, dann habe ich die beste Qualität. Ja, jetzt ist aber Corona und aufgrund von Corona geht das jetzt nicht. Lass ich es bleiben. Du hast aber, genau, du hast es aber, du hast die Verantwortung für diesen Podcast oder ihr beide habt die Verantwortung, eure Community weiterhin mit gutem Content zu vermitteln. Das heißt, ihr habt jetzt einfach gesagt, okay, Corona, schön und gut, ich passe mich an, ich nehme die Verantwortung auf mich, ich passe mich an und habe jetzt dieses Konzept mit den Videos. Okay, es ist nicht perfekt, die Verbindung hapert, ja, der Hintergrund da ist nicht so cool und der Typ, den wir interviewen, der sitzt da mit seinen AirPods und hat kein super Mikrofon und so weiter. Vielleicht hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Ton, aber hey, scheiß drauf, ihr habt euren Job gemacht, ihr habt geliefert und das ist Führungsqualität, was ihr beide gerade da macht. Das ist, also für mich ist das eines der wichtigsten, Verantwortung und auf der anderen Seite die Selbstreflexion, dass man immer wieder sich selber fragt, bin ich noch im richtigen Kurs? Bin ich noch, da ist meine Vision, ja, das sind die Ziele, die ich vereinbart habe mit mir selbst und meinen Mitarbeitern und dass man immer wieder in verschiedenen Abständen sich selber fragt, bin ich überhaupt noch in diesem Kurs oder nicht? Also ich habe mir zum Beispiel als Wert gesetzt, dass ich mit meinen Mitarbeitern immer noch auf Augenhöhe rede. Das klappt auch nicht immer, gerade als Führungskraft. Und dass man da sich immer wieder die Frage stellt, okay, bin ich noch, ist dieser Wert, dass ich vermittle auch in meiner Firma, Speak-Up-Kultur und so weiter, lebe ich den auch wirklich? Das sind für mich die beiden wichtigsten Kriterien und alles andere ergibt sich dann daraus. Wo du gerade sagst, lebe ich diese Sache wirklich? Da gibt es eine ganz interessante Geschichte von Gandhi. Da ist eine Mutter mit ihrem Sohn zu Gandhi gekommen und hat gesagt, mein Sohn ist die ganze Zeit nur Süßigkeiten. Was soll ich machen? Und dann hat er gesagt, weiß ich nicht, komm in drei Monaten wieder. Und dann ist sie nach drei Monaten wiedergekommen und hat gefragt, so, kannst du meinem Sohn jetzt endlich erklären, dass er keine Süßigkeiten essen will? Weil sie hat ihm schon am Anfang gesagt, ja so, erklär ihm mal, dass das schlecht ist. Und er meinte, kann ich nicht, lass mich drei Monate warten. So, die drei Monate waren vorbei. Und er hat genau das erzählt, was alle anderen sagen. Hey, Süßigkeiten sind schlecht für dich, du kriegst Karius und Baktus von Süßigkeiten. Also einfach so ganz banale Sachen. Dann hat er gesagt, hast du dich gar nicht darauf vorbereitet, irgendwas recherchiert? Er sagt, nein. Das Einzige, was er gemacht hat, warum er sie drei Monate, er sagt ihm gefragt, warum brauchst du für sowas drei Monate? Sagt er, ich musste erst mal selbst auf Süßigkeiten verzichten und komplett nichts machen, damit ich authentisch wirke und dem Kind es auch vermitteln kann. Das ist genau dasselbe, wie wenn Eltern immer sagen, Fluch nicht, mach das nicht, ich sei nicht so und so und dann merken die Kinder aber genau das Gleiche, so dass das Elternteil flucht, genau so. So am Telefon, die hören das, sag du Arsch, irgendwie mach den Termin fertig, zack. Aber selber sagen sie dem Kind, Fluch nicht. Und genau das ist das Ding, das ist interessant, was du gerade angesprochen hast, so wirk erst mal selber oder leb das Ganze erst mal selber, hab selber deine Persönlichkeitsentwicklung, bevor du anderen beibringen möchtest, wie sie sich entwickeln. Und genau das ist, glaube ich, das Ding dahinter. Genau. Und reflektier dich dabei. Super, super, super geile Geschichte. Und reflektier dich dabei und schau mal auf den Kompass. Bist du überhaupt noch Richtung Norden, wo du hin willst oder befindest du dich schon im Westen oder sogar im Süden? So, und das ist die Frage. Und andere Sache, kennst du Jocko Willink? Weil viele Sachen, die du hier ansprichst, sind genauso, also er ist, Jocko Willink ist so ein, ich glaube, der ist Ex-Navy Seal, oder, ist Ex-Navy Seal und hat die auch trainiert und hat auch, der ist jetzt, macht auch Podcasts und alles, ist so ein bisschen Motivationsredner und hat auch viele Bücher geschrieben und der sagt auch, der ist die ganze Zeit so Leadership und solche Sachen und deshalb dachte ich, vielleicht kennst du den? Und der sagt auch Extreme Ownership, also extreme Verantwortung. Und da bringt er auch dieses Beispiel, dass sie während des Kampfes, wurden sie irgendwie in die Enge getrieben und das lief nicht. Sondern haben sie sich alle zusammengesetzt und dann war es falsch gelaufen. Und anstatt hat er überlegt, okay, was machen viele andere? Dann hat er gesagt, okay, normalerweise, der hat das falsch gemacht, der hat das falsch gemacht, der hat das falsch gemacht. Jetzt kann ich sagen, nein, du musst das nicht immer, das besser machen und du das. Aber er ist dann zu der höchsten Verantwortungsposition gegangen und hat gesagt, ich habe meine Mannschaft nicht richtig da reingeführt. Und die Mannschaft hat das alles mitbekommen und hat gesagt, ich habe das nicht richtig gemacht. Ich habe dem nicht gesagt, er soll das machen. Ich habe auf den zu wenig aufgepasst und habe das zu wenig gemacht. Und jetzt sind alle anderen aus seiner Mannschaft aufgesprungen, nachdem er das gesagt hat. Und haben gesagt, nein, nein, Chef und so, nein, ich habe das und so gemacht und nein, ich habe das gemacht. Die sind von sich selber drauf gekommen. Die haben von sich selber das gesagt, weil sie gemerkt haben, jemand anderes übernimmt auch die Verantwortung. Das heißt, sie konnten auch aus sich selber rauskommen. Das ist dasselbe, wie wenn du jetzt mit deiner, sagen wir, Frau, Freundin, so, du bist da jetzt Frühstückstisch und normalerweise, so alles ist, stressig und wer hat das Brötchen für das Kind geschmiert, ne? Und da streitet ihr euch oder was weiß ich. Aber was, wenn du sagst, ja, guck mal, ich wollte das eigentlich machen und habe das und das. Und dann wird wahrscheinlich deine Frau, wenn du die Verantwortung übernimmst und sagst, ja, ich wollte das machen oder werde das machen und so und vielleicht können wir so und so, dann wird deine Frau eher sagen, nein, nein, warte, ich wollte eigentlich das und das machen. Das heißt, du konntest dich nicht darauf konzentrieren. Stell dir aber vor, du sagst jetzt zu deiner Mannschaft, also jetzt den Soldaten oder du sagst jetzt zu deiner Frau, ey, du hast das und das nicht gemacht und deshalb und deshalb. Dann wird sie sagen, ja, aber du hast das und das nicht gemacht und das eine ist einfach positiv und das andere negativ. Und deshalb ist diese Verantwortung, denke ich, auch da extrem wichtig. Deshalb kannst du dich definitiv mal anschauen, Jocko Willing, der ist genau Leadership-Typ. Dankeschön, Dankeschön. Ja, das ist eben genau der Punkt, den du sagst. Indem du die Verantwortung einfach auf dich nimmst, empowerst du dich selbst. Weil jemand, der die Verantwortung hat, ich habe auch einige Projekte begleitet, die mit Change Management zu tun haben. Und da sage ich immer wieder, wenn ich irgendwie so ein Team auf eine Veränderung, Veränderung ist immer scheiße, Veränderung, man will Veränderung nicht. Wenn ich aber so einen Workshop anfange mit zum Thema Veränderung, dann ist eine Sache klar, die Veränderung kommt. Du das willst oder nicht, das ist scheißegal, die wird kommen. Das ist wie so ein Tsunami. Du siehst, das Ding kommt, ob du das magst oder nicht, irgendwann kommt es. Du hast aber immer nur die zwei Möglichkeiten. Entweder du übernimmst jetzt die Verantwortung und lenkst die Veränderung in die Richtung, so wie sie dir passt, weil du vorne an dieser Welle, weil du da mit deinem Surfbrett diesen Tsunami selber surfst, dass du dieses Ding einfach anwendest und sagst, okay, ich nutze diese Kraft und bewege mich in die Richtung oder in die Richtung. Oder du kannst verharren und sagst, nee, ich habe jetzt keinen Bock drauf, ich habe Angst oder weiß, was weiß ich, aber eine Sache ist klar, die Veränderung kommt und dann irgendwann wirst du einfach überrollt. Das heißt, es gibt immer Leute, die übernehmen Verantwortung und machen daraus ihr Ding und es gibt Menschen, die entweder lassen sich führen oder sitzen und dann kriegen sie irgendwann irgendwas vorgesetzt und dann müssen sie damit leben. Und das ist der krasse Unterschied. Und deswegen sage ich, Leader, das ist gar nicht, du brauchst gar nicht Führungskraft sein, um Leader zu sein. Allein diese Einstellung, diese Wertesysteme, dass du sagst, ich übernehme Verantwortung für mich und ich mache eine Selbstreflexion. Genauso wie du das geil beschrieben hast mit dem Beispiel, mit dem Kind. Wenn meine Eltern mir beibringen wollen, nicht zu lügen, dann sollten sie gefährlich selber nicht lügen und nicht irgendwie ans Telefon rangehen und einen Termin absagen, in dem man sagt, ich bin krank, ich kann nicht oder keine Ahnung was, obwohl das nicht stimmt. Das kriegen Kinder mit. Genauso wie du das erzählt hast. Und das ist ja auch schon Leader. Also diese zwei Sachen, wenn du die drauf hast und du sagst, ich übernehme Verantwortung komplett für mich und für mich, immer für mich und ich reflektiere mich rechtzeitig und sage, okay, das sind meine Werte, bin ich mit denen noch konform, ja oder nein, dann bist du Leader. Und dann wirst du automatisch, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, mit dieser Einstellung irgendwann auch zum Leader werden. ganz einfach. Fand ich gut. Cool. Das klang mega. Besonders das mit der Verantwortung hört man ja aber auch öfter so. Aber dass du das jetzt auch nochmal, gerade jetzt in dieser Zeit, wo uns das nochmal klarer wurde, nochmal angesprochen hast, hat mir echt gut gefallen. Wir reden jetzt auch schon seit, ja, knapp zwei Stunden, kann das sein? Also anderthalb bis zwei Stunden. Das ist echt ein krasser, langer Podcast. Auf jeden Fall geht es schnell, aber hat mir mega Spaß gemacht. Ich glaube, hier ist ein ganz guter Punkt, um Schlussstrich zu ziehen. Vielen Dank. Gerne wieder, Paul Weißer. Ja, wir sind gespannt, wie es wird mit deiner Leaders Revolution. Jetzt ist er auf dem Punkt. Definitiv. Also vielen Dank. Ich werde jetzt gleich die Aufnahme einmal stoppen. Wir können uns ja danach noch ein bisschen besprechen. Aber ich sage hier für unsere Zuhörer einmal, aus die Maus. ich werde jetzt immerSNS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X. Ich werde uns damit lernen, Vielen Dank.